Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir das große Gruselhörbuch mit einer Reihe von dunklen, makaberen und schaurigen Geschichten. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Der schwarze Kater Ich erwarte und verlange nicht, für die seltsame und doch schlechte Geschichte, die ich hier niederschreibe, Glauben zu finden. Es wäre das ja auch Wahnsinn, da ich in diesem Falle nicht einmal meinen eigenen Sinn traue. Und doch wahnsinnig bin ich nicht, und ganz gewiss ist alles kein Traum gewesen. Aber weil ich morgen sterben muss, so will ich heute mein Gewissen entlasten. Meine besondere Absicht ist dabei, der weltoffen, kurz und ohne Erläuterung eine Reihe von einfachen häuslichen Begebenheiten zu schildern. Diese Begebenheiten haben mir in ihrem Verlauf Entsetzen, Qual und Vernichtung gebracht. Doch will ich nicht versuchen, sie zu erklären. Für mich sind sie einfach entsetzlich gewesen. Andere werden sie weniger grausig als bizarr finden. Vielleicht wird einmal ein Verstand, der mehr Ruhe und Logik und weniger Erregbarkeit als mein eigener hat, meine fantastischen Ideen auf ihren Alltagswert zurückführen und in den Umständen, die mir grauen einflößen, nur eine gewöhnliche Folge ganz natürlicher Ursachen und Wirkungen sehen. Seit meiner Kindheit fiel ich durch die Nachgiebigkeit und Milde meines Wesens auf, und mein weiches Gemüt trug mir sogar immer den Spott meiner Spielgefährten ein. Besonders hing ich an Tieren, von denen mir meine Eltern eine große Zahl als Lieblinge schenkten. Ich verbrachte fast meine ganze Zeit bei ihnen und war nie so glücklich, als wenn ich sie füttern und streicheln konnte. Diese Eigenart meines Wesens wurde immer stärker, je mehr ich heranwuchs, und noch in meinen Mannesjahren war sie für mich die Hauptquelle meiner Vergnügungen. Wer je eine Neigung zu einem treuen und klugen Hund empfunden hat, dem brauche ich die hohe Befriedigung, die daraus entspringt, nicht zu erklären. In der selbstlosen und aufopfernden Liebe eines Tieres liegt etwas, das direkt unser Herz ergreift, besonders wenn man öfter Gelegenheit, damit die wankelmütige Freundschaft und die vergängliche Treue der Menschen zu vergleichen. Ich heiratete früh und war so glücklich, bei meiner Frau eine Gemütssaat zu finden, die der meinigen nicht unähnlich war. Falls sie meine Vorliebe für Haustiere bemerkte, verlor sie keine Gelegenheit, mir davon die angenehmsten Arten zu verschaffen. Wir hatten Vögel, Goldfische, einen schönen Hund, Kaninchen, einen kleinen Affen und einen Kater. Dieser Kater war ein ungewöhnlich großes und schönes Tier, ganz schwarz und erstaunlich klug. Wenn wir von seiner Klugheit sprachen, pflegte meine Frau, die im Herzen etwas abergläubisch war, auf den alten Volksglauben anzuspielen, der alle schwarzen Katzen für verzauberte Hexen ansieht. Nicht, dass sie ernsthaft daran geglaubt hätte, ich erwähne dieses hier nur, weil es mir zufällig einfällt. Pluto, so hieß der Kater, war mein ganz besonderer Liebling und Spielgefährte. Ich allein fütterte ihn, und er begleitete mich überall durch das ganze Haus. Ich konnte ihn sogar nur mit Mühe davon abhalten, mir auch auf die Straße zu folgen. Unsere Freundschaft dauerte so mehrere Jahre, während welcher Zeit sich aber, ich schäme mich, das gestehen zu müssen, mein Gemüt und mein Charakter durch eine wachsende Neigung zur Trunksucht vollständig zum Bösen verwandelte. Tag für Tag wurde ich launhafter und erregbarer und achtete kaum noch auf die Gefühle anderer. Ich ließ mich dazu hinreißen, gegen meine Frau rohe Worte zu gebrauchen, und wurde schließlich sogar tätlich gegen sie. Die Haustiere bekamen natürlich auch die Veränderung meines Wesens zu fühlen. Ich vernachlässigte sie nicht nur, sondern misshandelte sie sogar. Immerhin bewahrte ich für Pluto noch so viel Neigung, ihn nicht zu quälen, während ich mir gar nichts daraus machte, mich an dem Kaninchen, dem Affen oder dem Hund zu vergreifen, wenn eins von ihnen mir zufällig oder um sich an mich zu schmiegen, in den Weg kam. Aber meine Leidenschaft wurde immer schlimmer. Welche Leidenschaft wirkt so wie die Trunksucht? Und schließlich erfuhr selbst Pluto, der inzwischen alt und etwas grämlich geworden war, die Folgen meiner Boshaftigkeit. Eines Abends kam ich ziemlich betrunken aus einer meiner gewohnten Schenken nach Hause, und es schien mir, als ob der Kater mir aus dem Wege ginge. Ich ergriff ihn, und aus Angst vor einer Misshandlung biss er mich leicht in die Hand. Sofort überfiel mich eine dämonische Wut, sodass ich mich selbst nicht mehr kannte. Mein früheres Selbst schien, mich ganz verlassen zu haben, und eine mehr als teuflische Bosheit, die vom Schnapsgenuss genährt war, durchdrang jede Ader meines Wesens. Ich zog aus meiner Westentasche ein Federmesser, öffnete es, ergriff das arme Tier bei der Kehle und schnitt ihm mit voller Absicht ein Auge aus der Höhle heraus. Noch jetzt, da ich diese höllische Grausamkeit niederschreibe, überläuft mich ein brennendes Erröten, und ich schaudere. Als ich am Morgen meinen Rausch verschlafen hatte und langsam zur Vernunft zurückkam, überschlich mich bei der Erinnerung an die begangene Untat, ein Gefühl, das halb Entsetzen, halb Reue war. Doch war das nur eine vorübergehende oberflächliche Regung, mein tieferes Ich blieb unberührt. Und bald verfiel ich wieder in Ausschweifung und schwemmte alle Gedanken an das Geschehene durch Wein hinweg. Inzwischen hatte sich der Kater langsam wieder erholt. Die leere Augenhöhle sah natürlich schrecklich aus, aber er schien nicht länger Schmerzen zu empfinden. Er ging wie gewöhnlich durch das Haus, floh aber, wie nicht anders zu erwarten war, bei meinem Anblick mit dem höchsten Entsetzen. Nun war in meinem Innern doch noch so viel von meinem früheren Gefühl geblieben, dass mich anfangs diese offenbare Abneigung eines Tieres, das mich einst so geliebt hatte, schmerzte. Aber dieser Schmerz verwandelte sich bald in Ärger und schließlich kam, wie um mich endgültig und ganz und gar zu verderben, der Geist der Verstocktheit über mich. Die Philosophie weiß nichts von diesem Geist, aber so sicher wie ich weiß, dass meine Seele lebt, weiß ich auch, dass Verstocktheit einer der ursprünglichsten Triebe des menschlichen Herzens ist, eine jener tiefsten Eigenschaften, die unserem Charakter Bestimmung und Wege geben. Wer hätte nicht schon hundertmal eine hässliche oder törichte Handlung nur aus dem einzigen Grunde begangen, weil er wusste, er sollte sie nicht tun? Steckt nicht in uns allen eine ständige Neigung, gegen alle Gründe der Vernunft ein Gebot zu übertreten, gerade weil es ein Gebot ist? Der Geist der Verstocktheit also führte zu meinem völligen Verderb. Es war dieses unergründliche Verlangen der Seele, sich selbst zu quälen, die eigene Natur zu verderben, das Böse um des Bösen Willens zu tun, was mich dazu trieb, das Unrecht, das ich dem armen, unschuldigen Tier zugefügt hatte, fortzusetzen und es schließlich zum Äußersten zu treiben. Eines Tages warf ich dem Kater mit kaltem Blut eine Schlinge um den Hals und hing ihn an dem Ast eines Baumes auf. Ich erhängte ihn, während mir die Tränen aus den Augen strömten, während die bittersten Vorwürfe an meinem Herzen nagten. Ich erhängte ihn, weil ich wusste, dass er mich geliebt, weil ich fühlte, dass er mir keinen Grund zu meiner Schandtat gegeben hatte. Ich tat es, weil ich wusste, dass mein Tun eine Sünde, eine Todsünde war, die meine unsterbliche Seele so tief hinabstieß, dass, wenn das möglich war, selbst die unendliche Gnade des allbarmherzigen und allgerechten Gottes sie nicht mehr erreichen konnte. In der Nacht, die auf diese grausame Tat folgte, wurde ich durch Feuerlärm aus dem Schlafe geweckt. Die Vorhänge an meinem Bett brannten, das ganze Haus stand in Flammen, und nur mit größter Mühe gelang es meiner Frau, einem Diener und mir, der Feuersglut zu entkommen. Die Zerstörung war eine vollständige, mein ganzes Hab und Gut ging dabei verloren, und mir blieb nichts als völlige Verzweiflung. Ich will hier nicht der Neigung verfallen, zwischen dem Unheil und meiner Grausamkeit eine Verbindung zu suchen, aber ich berichte eine Kette von Tatsachen und wünsche nicht, auch nur ein Glied auszulassen. Am Tage nach der Feuersbrunst besichtigte ich die Ruin. Alle Wände bis auf eine waren eingestürzt. Diese nun war eine nicht gerade dicke Zwischenwand, die sich in der Mitte des Hauses erhob, dort, wo das Kopfende meines Bettes gestanden hatte. Der Mörtelbewurf hatte hier ziemlich gut der Einwirkung des Feuers widerstanden, wahrscheinlich, weil er erst kürzlich erneuert war. Vor dieser Mauer hatte sich eine dichte Menschenmenge gesammelt, und viele Leute schienen eine besondere Stelle mit schärfster Genauigkeit zu betrachten. Worte wie »seltsam«, »eigentümlich« und ähnliche Bemerkungen erregten meine Neugierde. Ich trat deshalb näher und sah auf der weißen Fläche, wie in Basrelief, die Figur einer riesigen Katze. Der Eindruck war wunderbar genau. Um den Hals des Tieres hing ein Strick. Als ich zuerst diese gespenstige Erscheinung sah, denn ich konnte sie kaum für etwas anderes halten, waren mein Erstaunen und mein Schreck riesig. Schließlich aber kam mir mein Nachdenken zur Hilfe. Ich erinnerte mich, dass ich die Katze in einem Garten bei dem Hause erhängt hatte. Beim Feuerlärm war der Garten sofort von meiner Volksmenge erfüllt worden, und irgendjemand musste das Tier abgeschnitten und es durch ein offenes Fenster in mein Zimmer geworfen haben. Natürlich war das geschehen, um mich vom Schlafe zu wecken. Der Zusammensturz der anderen Wände hatte das Opfer meiner Grausamkeit gegen die Masse des noch nicht trockenen Mörtelwurfs gedrückt, und dadurch war in Verbindung mit den Flammen und dem Ammoniak des toten Körpers das nun sichtbare Bild entstanden. Obgleich ich durch solche Gedanken schnell meine Vernunft, wenn auch nicht ganz mein Gewissen, über den sehr sonderbaren Fall beruhigte, machte er trotzdem einen tiefen Eindruck auf meine Fantasie. Monatelang konnte ich mich nicht von dem Bild der Katze freimachen, und während dieser Zeit kam in meine Seele ein unbestimmtes Gefühl, das Reue zu sein schien, und doch keine war. Ich ging so weit, dass ich den Verlust des Tieres bedauerte, und in den elenden Schenken, in denen ich jetzt immer mehr verkehrte, begann ich, nach einem Ersatz für den einstigen Liebling auszuschauen, nach einem Tier, das vielleicht ähnlich aussah. Eines Abends, als ich wieder halb betrunken in einer mehr als gemeinen Schnapskneipe saß, lenkte sich meine Aufmerksamkeit plötzlich auf einen schwarzen Gegenstand, der oben auf einem der riesigen Gin- oder Rumpfässer lag, die die Hauptausstattung des Raumes bildeten. Ich hatte seit einigen Minuten unverwandt gerade auf dieses Fass gestarrt, und es setzte mich jetzt in großes Erstaunen, dass ich den Gegenstand nicht früher bemerkt hatte. Ich näherte mich ihm und berührte ihn mit der Hand. Es war ein sehr großer, schwarzer Kater, mindestens so groß wie Pluto, und ihm genau ähnlich bis auf eine Abweichung. Pluto hatte am ganzen Körper kein weißes Haar. Dieser Kater aber hatte einen großen, wenn auch unbestimmten Fleck, der fast die ganze Brust bedeckte. Als ich ihn berührte, erhob er sich sofort, schnurrte laut, rieb sich an meiner Hand und schien von meiner Anwesenheit entzückt zu sein. Dieses war wirklich das Tier, das ich suchte. Ich bot sofort dem Wirt an, es zu kaufen, aber er machte keinen Anspruch darauf, er wusste nichts von ihm und hat es nie gesehen. Ich fuhr fort, das Tier zu liebkosen, und als ich aufbrach, um nach Hause zu gehen, schien es, mich begleiten zu wollen. Ich nahm es auch mit, wobei ich mich unterwegs öfter bückte, und es streichelte. Als es in meiner Wohnung war, richtete es sich sofort häuslich ein und war bald der bevorzugte Liebling meiner Frau. Was mich an ging, so fühlte ich schnell in mir eine Abneigung gegen den Kater aufsteigen. Dies war nun gerade das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte, aber wie es nun auch kam, jedenfalls stieß mich gerade seine ausgesprochenen Neigung zu mir ab. Und langsam verwandelten sich diese Gefühle von Unbehagen und Abneigung in bittersten Hass um. Ich ging dem Tier aus dem Wege. Ein gewisses Schamgefühl und die Erinnerungen an meine einstige Untat hinderten mich, es körperlich zu misshandeln, und einige Wochen vergingen, ohne dass ich es schlug oder ihm sonst Gewalt zufügte. Aber langsam begann ich, es mit einem unaussprechlichen Abscheu zu betrachten und vor seiner Nähe wie vor dem Atem der Pest zu fliehen. Was mein Hass gegen das Tier noch vermehrte, war die Entdeckung, die ich am Morgen, nachdem ich es mitgebracht hatte, machte. Genau wie Pluto fehlte ihm ein Auge. Aber meine Frau gewann es gerade deswegen lieb, denn sie besaß, wie ich schon gesagt habe, in hohem Maße jene Gefühlsmilde, die einst auch mein hervorstechender Charakter zog und die Quelle meiner einfachsten und reinsten Freuden gewesen war. Mit meinem Widerwillen gegen diesen Kater schien aber nur seine Vorliebe für mich zu wachsen. Er folgte meinen Fußstapfen mit einer Hartnäckigkeit, die ich einfach dem Leser nicht begreiflich machen kann. Sobald ich mich setzte, kroch unter meinen Stuhl oder sprang auf meine Knie und drängte mir seine widerwärtigen Liebkosungen auf. Sobald ich mich zum Gehen erhob, schmiegte er sich zwischen meine Füße, sodass ich in Gefahr geriet, hinzufallen, oder er schlug seine langen und scharfen Krallen in meinen Anzug und kletterte auf diese Weise bis zu meiner Brust empor. Obgleich mich bei solchen Gelegenheiten oft das Verlangen überkam, ihn durch einen Hieb zu töten, wurde ich immer wieder davon zurückgeschreckt, zum Teil durch die Erinnerung an mein früheres Verbrechen in der Hauptsache aber, ich will es nur ohne weiteres gestehen, durch eine unbezähmbare Furcht vor dem Tier. Es war dies eigentlich keine physische Furcht, obgleich es schwer ist, sie anders zu bezeichnen. Ich schäme mich fast einzugestehen, selbst in dieser Verbrecherzelle schäme ich mich, es zu sagen, dass die Furcht und Angst, die das Tier mir einflößte, durch ein ganz lächerliches Hirngespinst verstärkt wurde. Meine Frau hatte mehr als einmal meine Aufmerksamkeit auf die Form des weißen Fleckes gelenkt, von dem ich schon gesprochen habe, und der den einzigen Unterschied zwischen dem fremden Tier und dem von mir Getöteten bildete. Der Leser wird sich erinnern, dass dieser Fleck zwar groß, aber ursprünglich von sehr unbestimmter Form war. Doch durch kleine Veränderungen, Veränderungen, die so unmerklich waren, dass meine Vernunft sie lange Zeit als Einbildungen bekämpfte, hatte er schließlich einen genau erkennbaren Umriss angenommen. Er stellte jetzt etwas dar, das ich nur schaudernd nennen kann, und schon deshalb allein flößte mir das Untier Abscheu und Furcht ein, und ich würde mich längst von ihm befreit haben, wenn ich es nur gewagt hätte. Es stellte nämlich jetzt einen entsetzlichen, unheimlichen Gegenstand dar. Ein Galgen. Oh, dieses trauervolle und schreckliche Wahrzeichen von Schmach und Verbrechen, von Seelenangst und Tod! Und jetzt war ich wirklich über alle menschlichen Begriffe elend. Ein unvernünftiges Tier, dessen Gefährten ich mit Absicht getötet hatte, ein Tier ohne Verstand war bestimmt mir, einem nach dem Ebenbilde Gottes geschaffenen Menschen, ein solches unerträgliches Leid zuzufügen. Wehe mir, weder bei Tage noch bei Nacht fand ich von da ab den Segen der Ruhe. Am Tage ließ mich das Tier keinen Augenblick allein, und des Nachts wandte ich stündlich aus Träumen voll unsankbarer Angst auf, um den heißen Atem der Bestie auf meinem Gesichte zu fühlen, während sein Gewicht wie ein verkörpertes Alpdrücken, das ich nicht abschütteln konnte, in ewig gleicher Schwere auf meinem Herzen lastete. Unter dem Druck solcher Qualen verschwanden die letzten schwachen Spuren des Guten aus meiner Seele. Böse Gedanken wurden meiner einzigen Vertrauten die schwärzesten und teuflischsten Gedanken. Meine gewöhnliche, verdrossene Stimmung steigerte sich zu einem Hass auf alle Dinger und Menschen, und leider war bei den häufigen und unbezähmbaren Wutausbrüchen, denen ich mich blind überließ, gerade meine Frau, die sich nie beklagte, stets das geduldige Opfer. Eines Tages begleitete sie mich in einer Wirtschaftsangelegenheit, in den Keller des alten Gebäudes, das wir jetzt durch unsere Armut gezwungen bewohnen mussten. Der Kater folgte mir die steile Treppe hinab, und da er mich beinahe zu Fall brachte, geriet ich in eine wahnsinnige Wut. Ich vergaß in meinem Zorn die kindische Furcht, die bisher meine Hand gelähmt hatte, erhob eine Axt und schlug damit nach dem Tier, das sicher des Todes gewesen wäre, wenn ich es getroffen hätte. Aber der Hieb wurde durch die Hand meiner Frau eingehalten. Über diese Einmischung erfasste mich eine mehr als hellesche Raserei. Ich riß mich von ihr los und begrub die Axt in ihrem Gehirn. Ohne ein Laut von sich zu geben, fiel sie tot auf den Fleck hin. Als der entsetzliche Mord geschehen war, machte ich mich sofort und mit kühler Überlegung daran, den Leichnam zu verbergen. Ich wusste, dass ich ihn weder bei Tage noch bei Nacht aus dem Hause entfernen konnte, ohne dass mich die Nachbarn bei meinem Unternehmen gesehen hätten. Allerlei Pläne drang in mein Gehirn. Einmal wollte ich den Körper in kleine Stücke zerteilen und sie durch Feuer zerstören. Ein andernmal beschloss ich, im Keller eine Grube zu graben. Auch überlegte ich, ob ich ihn in den Brunnen im Hofe werfen könnte, oder dachte daran, ihn wie eine Ware in eine Kiste zu packen, um ihn durch einen Lastträger fortschaffen zu lassen. Schließlich kam ich auf den Plan, den ich für besser als alle anderen hielt. Ich beschloss, ihn im Keller zu vermauern, wie es nach alten Berichten die mittelalterlichen Männchen mit ihren Opfern gemacht hatten. Der Keller war auch für ein solches Vorhaben wohl geeignet, die Mauern waren leicht gebaut und erst kürzlich mit einem groben Mörtelbelag beworfen worden, der infolge der feuchten Luft nicht hatte trocknen können. Auch sprang an der Wand ein blinder Kamin vor, der hohl und nur angelegt war, um ein gleichmäßiges Aussehen des Kellers zu erzielen. Ich zweifelte nicht, dass ich hier leicht die Ziegelsteine entfernen und alles wieder so in seinen früheren Zustand bringen konnte, dass sicherlich kein Auge etwas Verdächtiges bemerken würde. Meine Berechnung erwies sich auch als richtig. Mit einem Brechheisen entfernte ich ohne Mühe die Steine, legte den Körper gegen die eigentliche Mauer, stützte ihn in der Lage und stellte in kurzer Zeit alles wieder so her, wie es früher gewesen war. Ich hatte mir mit größtmöglicher Vorsicht Mörtel und Sand verschafft und machte davon einen Bewurf, den man nicht von dem Alten unterscheiden konnte und den ich dann über die neue Mauer umstrich. Als ich fertig war, überkam ich das befriedigende Gefühl, dass nun alles in Ordnung sei. An der Mauer war auch nicht die leiseste Spur von der stattgefundenen Veränderung mehr zu sehen, nur mit größter Sorgfalt hatte ich den Schutt von dem Boden aufgelesen. Ich sah mich triumphierend um und sagte zu mir selber, hier ist wenigstens meine Arbeit nicht vergebens gewesen. Mein nächstes war, nach dem Tier zu suchen, das mir so viel Elend verursacht hatte, denn ich war jetzt fest entschlossen, es zu töten. Hätte ich es jetzt getroffen, so wäre sein Schicksal besegelt gewesen, aber es schien, als ob die schlaue Bestie durch meinen heftigen Wutausbruch gewarnt worden sei, denn sie floh mich offenbar in meiner jetzigen Stimmung. Ich kann unmöglich beschreiben oder nur andeuten, welches wundervolle Gefühl der Erleichterung mir die Abwesenheit des abscheulichen Geschöpfes bereitet. Auch während der Nacht ließ es sich nicht sehen, und so verbrachte ich zum ersten Male, seit es ins Haus gekommen war, eine Nacht voll ruhigem und gesundem Schlaf. Ja, ich schlief fest, trotzdem meine Mordtat auf meiner Seele lastete. Der zweite und der dritte Tag vergingen, und mein Quellgeist erschien noch immer nichts. Endlich einmal konnte ich wieder frei aufatmen. Der Unhold war von Angst erfüllt von meiner Schwelle geflohen. Nie würde ich ihn wiedersehen. Mein Glücksgefühl war unendlich. Das Schuldbewusstsein meiner schwarzen Tat störte mich dabei nur wenig. Man hatte ein paar Fragen an mich gestellt, aber diese waren leicht beantwortet. Für selbst eine Haussuchung hatte man abgehalten, aber dabei natürlich nichts gefunden. Ich sah dem Glück meiner Zukunft mit Ruhe entgegen. Am vierten Tag nach der Ermordung kam eine Abteilung von Polizeibeamten ganz unerwartet in das Haus und begann aufs Neue, alle Räume sorgfältig zu untersuchen. In dem sicheren Gefühl, dass das Versteck nicht gefunden werden konnte, machte mir das aber wenig Sorgen. Die Beamten baten mich, sie bei ihrem Forschen zu begleiten. Kein Winkel und keine Ecke blieb undurchsucht. Schließlich stiegen sie, und zwar zum dritten oder vierten Male, in den Keller hinab. Ich zuckte mit keinem Muskel, und mein Herz schlug ruhig wie bei einem, der in einen unschuldigen Schlaf versunken ist. Ich ging durch den Keller von einem zum anderen Ende. Ich faltete meine Arme auf der Brust und schritt behaglich auf und ab. Die Polizeibeamten waren schließlich zufriedengestellt und schickten sich an zu gehen. Die Freude in meinem Innern war aber zu stark, als dass ich sie zurückhalten konnte. Es brannte mich, ihnen wenigstens ein Wort des Triumphes zu sagen und ihren Glauben an meine Schuldlosigkeit zu verstärken. Meine Herren, sagte ich zuletzt, als die Abteilung die Treppe hinaufstieg, ich freue mich, ihren Verdacht beseitigt zu haben. Ich wünsche ihnen allen Wohlsein und etwas mehr Höflichkeit. Übrigens, meine Herren, ist dies ein sehr gut gebautes Haus. In dem tollen Wunsch, etwas Unbefangenes zu sagen, wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich äußerste. Es ist ein ausgezeichnet gut gebautes Haus. Diese Mauern, sie wollen gehen, meine Herren, sind aus solidem Material. Und dann schlug ich rein aus Übermut mit einem Spazierstock, den ich in der Hand trug, laut, gegen das Mauerwerk, hinter dem der Leichnam meiner Frau stand. Gott möge mich schützen und bewahren vor den Klauen des Erbfeindes. Kaum war der Widerhall meiner Schläge durch die Stille gedrungen, als er durch ein Laut aus dem Innern des Grabes beantwortet wurde. Es war ein Schrei, der anfangs erstickt und gebrochen klang, wie das Schluchzen eines Kindes. Dann aber schwoll er schnell zu einem langen, lauten und ununterbrochenen Schrein, einem ganz unnatürlichen und unmenschlichen Heulen an. Es war ein Wehklagen aus dem Angst und Triumph zugleich tönten, so wie man es vielleicht aus den Tiefen der Hölle hören konnte, wenn sich das verzweifelte Stöhnen der verdammten mit dem schadenfrohen Jauchzen der Dämonen mischt. Es wäre Wahnsinn, über meine Gedanken etwas zu sagen. Halb ohnmächtig taumelte ich gegen die andere Wand. Die Abteilung blieb einen Augenblick bewegungslos auf der Treppe, wie gelähmt von Schreck und Grauen. Dann aber begann ein Dutzend starker Arme an der Wand zu arbeiten. Sie stürzte ein und vor den Augen der Anwesenden stand aufrecht, die schon ziemlich verweste und mit geronnenem Blut befleckte Leichnam. Auf seinem Kopf saß mit rotem, aufgerissenem Rachen und dem einzigen glühenden Auge die abscheuliche Bestie, deren List mich zum Mord verführt hatte und die mich jetzt mit ihrer anklagenden Stimme dem Henker überlieferte. Ich hatte den Unheult in das Grab mit eingemauert. Die Geschichte von dem Gespensterschiff Mein Vater hatte einen kleinen Laden in Balsora. Er war weder arm noch reich und einer von jenen Leuten, die nicht gerne etwas wagen, aus Furcht, dass wenige zu verlieren, was sie haben. Er zog mich schlicht und recht und brachte es bald so weit, dass ich ihm an die Hand gehen konnte. Gerade als ich achtzehn Jahre alt war, als er die erste größere Spekulation machte, starb er, wahrscheinlich aus Gram tausend Goldstücke dem Meere anvertraut zu haben. Ich musste ihn bald nachher wegen seines Todes glücklich preisen, denn wenige Wochen hernach lief die Nachricht ein, dass das Schiff, dem mein Vater seine Güter mitgegeben hatte, versunken sei. Meinen jugendlichen Nut konnte aber dieser Unfall nicht beugen. Ich machte alles vollends zu Geld, was mein Vater mir hinterlassen hatte, und zog aus, um in der Fremde mein Glück zu probieren, nur von einem alten Diener meines Vaters begleitet. Im Hafen von Balsora schifften wir uns mit günstigem Winde ein. Das Schiff, auf dem ich mich eingemietet hatte, war nach Indien bestimmt. Wir waren schon fünfzehn Tage auf der gewöhnlichen Straße gefahren, als uns der Kapitän einen Sturm verkündete. Er machte ein bedenkliches Gesicht, denn es schien, er kenne in dieser Gegend das Fahrwasser nicht genug, um einem Sturm mit Ruhe begegnen zu können. Er ließ alle Segel einziehen, und wir trieben ganz langsam dahin. Die Nacht war angebrochen, war hell und kalt, und der Kapitän glaubte schon, sich in den Anzeichen des Stürmes getäuscht zu haben. Auf einmal schwebte ein Schiff, das wir vorher nicht gesehen hatten, dicht an dem unsrigen vorbei. Wildes Jauchzen und Geschreie schall aus dem Verdeck herüber, worüber ich mich zu dieser angstvollen Stunde vor einem Sturm nicht wenig wunderte. Aber der Kapitän an meiner Seite wurde blass wie der Tod. Mein Schiff ist verloren, rief er, dort segelt der Tod. Ehe ich ihn noch über diesen sonderbaren Ausruf befragen konnte, stürzten schon heulend und schreiend die Matrosen herein. Habt ihr gesehen? schrien sie, jetzt ist's mit uns vorbei. Der Kapitän aber ließ Trostsprüche aus dem Koran vorlesen und setzte sich selbst ans Steuerruder. Aber vergebens, zusehends brauste der Sturm auf und ehe eine Stunde verging, krachte das Schiff und blieb sitzen. Die Boote wurden ausgesetzt und kaum hatten sich die letzten Matrosen gerettet, so versank das Schiff vor unseren Augen. Und als ein Bettler fuhr ich in die See hinaus. Aber der Jammer hatte noch kein Ende, fürchterlich ertobte der Sturm, das Boot war nicht mehr zu regieren. Ich hatte meinen alten Diener fest umschlungen, und wir versprachen uns, nie wieder voneinander zu weichen. Endlich brach der Tag an. Aber mit dem ersten Anblick der Morgenröte fasste der Wind das Boot, in welchem wir saßen, und stürzte es um. Ich habe keinen meiner Schiffsleute mehr gesehen. Der Stürz hatte mich betäubt, und als ich aufwachte, befand ich mich in den Armen meines alten, treuen Dieners, der sich auf das umgeschlagene Boot gerettet und mich nachgezogen hatte. Der Sturm hatte sich gelegt. Von unserem Schiff war nichts mehr zu sehen, wohl aber entdeckten wir nicht weit von uns ein anderes Schiff, auf das die Wellen uns hintrieben. Als wir näher hinzukamen, erkannte ich das Schiff als dasselbe, das in der Nacht an uns vorbei fuhr, und welches den Kapitän so sehr in Schrecken gesetzt hatte. Ich empfand ein sonderbares Grauen vor diesem Schiffe. Die Äußerung des Kapitäns, die sich so furchtbar bestätigt hatte, das öde Aussehen des Schiffes, auf dem sich, so nah wie auch herankam, so laut wir schrien, niemand zeigte, erschreckten mich. Doch es war unser einziges Rettungsmittel, darum priesen wir den Propheten, der uns so wundervoll erhalten hatte. Am Vorderteil des Schiffes hing ein langes Tau herab. Mit Händen und Füßen ruderten wir darauf zu, um es zu erfassen. Endlich glückte es. Noch einmal erhob ich meine Stimme, aber immer blieb es still auf dem Schiff. Da klimmten wir an dem Tau hinauf, ich als der Jüngste voran. Aber entsetzen, welches Schauspiel stellte sich meinem Auge da, als ich das Verdeck betrat, der Boden war mit Blut gerötet. Zwanzig bis dreißig Leichname in türkischen Kleidern lagen auf dem Boden. Am mittleren Mastbaum stand ein Mann, reich gekleidet, den Säbel in der Hand, aber das Gesicht war blass und verzerrt. Durch die Stirn ging ein großer Nagel, der ihn an den Mastbaum heftete. Auch er war tot. Schrecken fesselte meine Schritte, ich wagte kaum zu atmen. Endlich war auch mein Begleiter heraufgekommen. Auch ihn überraschte der Anblick des Verdeckstes, gar nichts Lebendiges, sondern nur so viele schreckliche Tote zeigte. Wir wagten es endlich, nachdem wir in der Seelenangst zum Propheten gefläht hatten, weiter voranzuschreiten. Bei jedem Schritte sahen wir uns um, ob nicht etwas Neuesten, noch Schrecklicheres sich darbiete. Aber alles blieb, wie es war. Weit und breit nichts Lebendiges als wir und das Weltmeer. Nicht einmal laut zu sprechen wagten wir aus Furcht, der Tote, am Mast angespießte Capitano möchte seine starren Augen nach uns hindrehen, oder einer der Getöteten möchte seinen Kopf umwenden. Endlich waren wir bis an eine Treppe angekommen, die in den Schiffsraum führte. Unwillkürlich machten wir dort Halt und sahen einander an, denn keiner wagte es recht, seine Gedanken zu äußern. »O Herr«, sprach mein treuer Diener, »ihr ist etwas Schreckliches geschehen. Doch wenn auch das Schiff da unten voll Mörder steckt, so will ich mich ihnen doch lieber auf Gnade und Ungnade ergeben, als längere Zeit unter diesen Toten zuzubringen.« Ich dachte wie er. Wir fassten uns ein Herz und stiegen voll Erwartung hinunter. Totenstille war aber auch hier, und nur unsere Schritte halten auf der Treppe. Wir standen an der Türe der Kajüte. Ich legte mein Ohr an die Türe und lauschte. Es war nichts zu hören. Ich machte auf. Das Gemach bot einen unordentlichen Anblick, da Kleider, Waffen und andere Geräte lagen untereinander. Nichts in Ordnung. Die Mannschaft oder wenigstens der Capitano mussten vor Kürzum gezecht haben, denn es lag noch alles umher. Wir gingen weiter von Raum zu Raum, von Gemach zu Gemach. Überall fanden wir herrliche Vorräte in Seide, Perlen, Zucker und so weiter. Ich war vor Freude über diesen Anblick außer mir, denn da niemand auf dem Schiff war, glaubte ich, alles mir zueignen zu dürfen. Ibrahim aber machte mich aufmerksam darauf, dass wir wahrscheinlich noch sehr weit vom Lande seien, wo wir allein und ohne menschliche Hilfe nicht hinkommen könnten. Wir labten uns an den Speisen und Getränken, die wir in reichem Maß vorfanden und stiegen endlich wieder aufs Verdeck. Aber hier schauderte uns immer die Haut auf dem schrecklichen Anblick der Leichen. Wir beschlossen uns davon zu befreien und sie über Bord zu werfen. Aber wie schauerlich ward uns zumut, als wir fanden, dass sich keiner aus seiner Lage bewegen ließ. Wie festgebracht! Wand lagen sie am Boden und man hätte den Boden des Verdecks ausheben müssen, um sie zu entfernen und dazu gebrach es unseren Werkzeugen. Auch der Capitano ließ sich nicht von seinem Mast losmachen. Nicht einmal seinen Säbel konnten wir der starren Hand entwinden. Wir brachten den Tag in trauriger Betrachtung unserer Lage zu und als es nachzuwerden anfing, erlaubte ich dem alten Ibrahim, sich schlafen zu legen. Ich selbst aber wollte auf dem Verdeck wachen, um nach Rettung auszuspähen. Als aber der Mond heraufkam und ich nach den Gestirnen berechnete, dass es wohl um die elfte Stunde sei, überfiel mich ein so unwiderstehlicher Schlaf, dass ich unwillkürlich hinter ein Fass, das auf dem Deck stand, zurückfiel. Doch es war mehr Betäubung als Schlaf, denn ich hörte deutlich die See an der Seite des Schiffes anschlagen und die Segel vom Winde knarren und pfeifen. Auf einmal glaubte ich, Stimmen und Männertritte auf dem Verdeck zu hören. Ich wollte mich aufrichten, um danach zu schauen, aber eine unsichtbare Gewalt hielt meine Glieder gefesselt. Nicht einmal die Augen konnte ich aufschlagen. Aber immer deutlicher wurden die Stimmen, war mir als wenn ein fröhliches Schiffsvolk auf dem Verdeck sich umhertriebe. Mitunter glaubte ich die kräftige Stimme eines Befehlenden zu hören, auch hörte ich Taue und Segel deutlich auf- und abziehen. Nach und nach aber schwanden mir die Sinne. Ich verfiel in einen tieferen Schlaf, in dem ich nur noch ein Geräusch von Waffen zu hören glaubte, und erwachte erst, als die Sonne schon hoch stand und mir aufs Verwundert schaute ich mich um, Sturm, Schiff, die Toten, und was ich in dieser Nacht gehört hatte, kam mir wie ein Traum vor. Aber als ich aufblickte, fand ich alles wie gestern. Unbeweglich lagen die Toten, unbeweglich war der Kapitano an den Mastbaum geheftet. Ich lachte über meinen Traum und stand auf, um meinen Alten zu suchen. Dieser saß ganz nachdenklich in der Kajüte. O Herr, rief er aus, als ich zu ihm hineintrat, ich wollte lieber im tiefsten Grund des Meeres liegen, als in diesem verhexten Schiff noch eine Nacht zubringen. Ich fragte ihn nach der Ursache seines Kummers, und er antwortete mir, als ich einige Stunden geschlafen hatte, wachte ich auf und vernahm, wie man über meinem Haupt hin und her lief. Ich dachte zuerst, hier wäre es, aber es waren wenigstens zwanzig, die oben umher liefen. Auch hörte ich rufen und schreien. Endlich kamen schwere Tritte die Treppe herab. Da wusste ich nichts mehr von mir, nur hier und da kehrte auf einige Augenblicke meine Besinnung zurück, und da sah ich denselben Mann, der oben am Mast angenagelt ist, an jenem Tisch dort sitzen, singend und trinkend. Aber der, der in einem roten Scharlachkleid nicht weit von ihm am Boden liegt, saß neben ihm und half ihm trinken. Also erzählte Glauben, meine Freunde, dass mir gar nicht wohl zumute war, denn es war keine Täuschung, ich hatte ja auch die Toten gar wohl gehört. In solcher Gesellschaft zu Schiffen war mir gräulich. Mein Ibrahim aber versank wieder in tiefes Nachdenken. Jetzt habe ich's, rief er endlich aus. Es fiel ihm nämlich ein Sprüchlein ein, das ihn sein Großvater, ein erfahrener, weit gereister Mann gelehrt hatte und das gegen jeden Geister- und Zauberspuk helfen sollte. Auch behauptete er jenen unnatürlichen Schlaf, der uns befiel, in der nächsten Nacht verhindern zu können, wenn wir nämlich recht eifrig Sprüche aus dem Koran beteten. Der Vorschlag des alten Mannes gefiel mir wohl. In banger Erwartung sahen wir die Nacht herankommen. Neben der Kajüte war ein kleines Kämmerchen. Dorthin beschlossen wir uns zurück zu ziehen. Wir bohrten mehrere Lächer in die Türe, hinlänglich groß, um durch sie die ganze Kajüte zu überschauen, dann verschlossen wir die Türe, so gut es ging, von innen, und Ibrahim schrieb den Namen des Propheten in alle vier Ecken. So erwarteten wir die Schrecken der Nacht. Es mochte wieder ungefähr elf Uhr sein, als es mich gewaltig zu Schläfern anfing. Mein Gefährte riet mir daher, einige Sprüche des Korans zu beten, was mir auch half. Mit einem Male schien es oben lebhaft zu werden, die Taue knarrten, Schritte gingen über das Verdeck und mehrere Stimmen waren deutlich zu unterscheiden. Mehrere Minuten hatten wir so in gespannte Erwartung gesessen, da hörten wir etwas die Treppe der Kajüte herabkommen. Als dies der Alte hörte, fing er an, den Spruch, den ihn sein Großvater gegen Spuk und Zauberei gelehrt hatte, herzusagen. Kommt ihr herab aus der Luft, steigt ihr aus tiefem Meer, schläft ihr in dunkler Gruft, stammt ihr vom Feuer her. Aller ist euer Herr und Meister, ihm sind gehorsam alle Geister. Ich muss gestehen, ich recht an diesen Spruch, und mir stieg das Haar zu Berg, als die Tür aufflog. Herein trat jener große, stattliche Mann, den ich am Mastbaum angenagelt gesehen hatte. Der Nagel ging ihm auch jetzt mitten durchs Hirn. Das Schwert aber hatte er in die Scheide gesteckt. Hinter ihm trat noch ein anderer herein, weniger kostbar gekleidet. Auch ihn hatte ich oben liegen sehen. Der Capitano, denn dies war er unverkennbar, hatte ein bleiches Gesicht, einen großen, schwarzen Bart, wildrollende Augen, mit denen er sich im ganzen Gemach umsah. Ich konnte ihn ganz deutlich sehen, als er an unserer Türe vorbeiging. Er aber schien gar nicht auf die Türe zu achten, die uns verbarg. Beide setzten sich an den Tisch, der in der Mitte der Kajüte stand, und sprachen laut und fast schreiend miteinander in einer unbekannten Sprache. Sie wurden immer lauter und eifriger, bis endlich der Capitano mit geballter Faust auf den Tisch hineinschlug, dass das Zimmer dröhnte. Mit wildem Gelächter sprang der andere auf und winkte dem Capitano ihm zu folgen. Dieser stand auf, riss seinen Säbel aus der Scheide und beide verließen das Gemach. Wir atmeten freier, als sie weg waren, aber unsere Angst hatte noch lange kein Ende. Immer lauter und lauter ward es auf dem Verdeck, man hörte eilends hin- und herlaufen und schreien, lachen und heulen. Endlich ging ein wahrhaft hellischer Lärm los, so dass wir glaubten, das Verdeck mit allen Segeln ab, Waffengeklär und Geschrei. Auf einmal aber war tiefe Stille. Als wir nach vielen Stunden wagten hinaufzugehen, trafen wir alles wie sonst. Nicht einer lag anders als früher. Alle waren steif wie Holz. So waren wir mehrere Tage auf dem Schiffe. Es ging immer noch Osten, wo hinzu nach meiner Berechnung Land liegen musste. Aber wenn es auch bei Tag viele Meilen zurückgelegt hatte, bei Nacht schien es immer wieder zurückzukehren, denn wir befanden uns immer wieder am nämlichen Fleck, wenn die Sonne aufgingen. Wir konnten uns nicht anders erklären, als dass die Toten jede Nacht mit vollem Winde zurücksegelten. Um nun dies zu verhüten, zogen wir, ehe es Nacht wurde, alle Segel ein und wandten dasselbe Mittel an wie bei der Türe in der Kajüte. Wir schrieben den Namen des Propheten auf Pergament und auch das Sprüchlein des Großvaters dazu und banden es um die eingezogenen Segel. Ängstlich warteten wir in unserem Kämmerchen den Erfolg ab. Der Spuk schien diesmal noch ärger zu toben, aber siehe, am nächsten Morgen waren die Segel noch aufgerollt, wie wir sie verlassen hatten. Wir spannten den Tag über nur so viele Segel auf, als nötig waren, das Schiff sanft fortzutreiben, und so legten wir in fünf Tagen eine gute Strecke zurück. Endlich, am Morgen des sechsten Tages entdeckten wir in geringer ferne Land, und wir danken Allah und seinem Propheten für unsere wunderbare Rettung. Diesen Tag und die folgende Nacht trieben wir an einer Küste hin, und am siebenten Morgen glaubten wir in geringer Entfernung eine Stadt zu entdecken. Wir ließen mit vieler Mühe einen Anker in die See, der auf dem Verdeck stand aus und ruderten mit aller Macht der Stadt zu. Nach einer halben Stunde liefen wir in einen Fluss ein, der sich in die See ergoss und stiegen ans Ufer. Am Stadttor erkundigten wir uns, wie die Stadt heiße, und erfuhren, dass es eine indische Stadt sei, nicht weit von der Gegend, wohin ich zuerst zu Schiffen will, und zwar. Wir begaben uns in eine Karawanserei und erfrischten uns von unserer abenteuerlichen Reise. Ich forschte da selbst auch nach einem weisen und verständigen Manne, in dem ich dem Wirt zu verstehen gab, dass ich einen solchen haben möchte, der sich ein wenig auf Zauberei verstehe. Er führte mich in eine abgelegene Straße, an ein unscheinbares Haus, pochte an, und man ließ mich eintreten mit der Weisung, ich In dem Hause kam mir ein altes Männlein mit grauem Bart und langer Nase entgegen und fragte nach meinem Begehr. Ich sagte ihm, ich suche den weisen Muli, und er antwortete mir, er sei es selbst. Ich fragte ihn nun um Rat, was ich mit den Toten machen solle und wie ich es angreifen müsse, um sie aus dem Schiff zu bringen. Er antwortete mir, die Leute des Schiffes seien wahrscheinlich wegen irgendeines Frevels auf das Meer verzaubert, er glaube, der Zauber werde sich lösen, wenn man sie an Land bringe. Dies könne aber nicht geschehen, als wenn man die Bretter, auf denen sie lägen, losmache. Mir gehöre von Gott und rechts wegen das Schiff samt allen Gütern, weil ich es gleichsam gefunden habe. Doch soll ich alles sehr geheim zu halten trachten und ihm ein kleines Geschenk von meinem Überfluss machen. Er wolle dafür mit seinen Sklaven mir behilflich sein, die Toten weg zu schaffen. Ich versprach, ihn reichlich zu belohnen, und wir machten uns mit fünf Sklaven, die mit Sägen und Beilen versehen waren, auf den Weg. Unterwegs konnte der Zauberer Muli unseres glücklichen Einfall, die Segel mit den Sprüchen des Korans zu umwinden, nicht genug loben. Er sagte, dies sei das einzige Mittel gewesen, uns zu retten. Es war noch ziemlich früh am Tage, als wir beim Schiff ankamen. Wir machten uns alle so gleich ans Werk, und in einer Stunde lagen schon vier in dem Nachen. Einige der Sklaven mussten sie an Land rudern, um sie dort zu verscharren. Sie erzählten, und sie zurückkamen, die Toten hätten ihnen die Mühe des Begrabens erspart, indem sie, so wie man sie auf die Erde gelegt habe, in Staub zerfallen seien. Wir fuhren fort, die Toten abzusägen, und bis vor Abend waren alle an Land gebracht. Es war endlich keiner mehr an Bord als der, welcher Mast angenagelt war. Umsonst suchten wir den Nagel aus dem Holze zu ziehen, keine Gewalt vermochte ihn auch nur ein Haarbreit zu verrücken. Ich wusste nicht, was anzufangen war. Man konnte doch nicht den Mastbaum abhauen, um ihn ans Land zu führen. Doch aus dieser Verlegenheit half Muli. Er ließ schnell ein Sklaven an Landrudern, um einen Topf mit Erde zu bringen. Als dieser herbeigeholt war, sprach der Zauberer geheimnisvolle Worte darüber aus und schüttete die Erde auf das Haupt des Toten. Sogleich schlug dieser die Augen auf, holte tief Atem und die Wunde des Nagels in seiner Stirn fing an zu bluten. Wir zogen den Nagel jetzt leicht heraus und der Verwundete fiel einem Sklaven in die Arme. Wer hat mich hierher geführt, sprach er, nachdem er sich ein wenig erholt zu haben schien. Muli zeigte auf mich und ich trat zu ihm. Dank dir, unbekannter Fremdling, du hast mich von langen Qualen errettet. Seit fünfzig Jahren schifft mein Leib durch diese Wogen und mein Geist war verdammt jede Nacht in ihn zurück zu kehren. Aber jetzt hat mein Haupt die Erde berührt und ich kann versöhnt zu meinen Vätern gehen. Ich bat ihn, uns doch zu sagen, wie er zu diesem schrecklichen Zustand gekommen sei, und er sprach, vor fünfzig Jahren war ich ein mächtiger, angesehener Mann und wohnte in Algier. Die Sucht nach Gewinnen trieb mich, ein Schiff auszurüsten und Seeraub zu treiben. Ich hatte dieses Geschäft schon einen Derwisch an Bord, der umsonst reisen wollte. Ich und meine Gesellen waren rohe Leute und achteten nicht auf die Heiligkeit des Mannes. Vielmehr trieb ich mein Gespött mit ihm. Als er aber einst in heiligem Eifer mir meinen sündigen Lebenswandel verwiesen hatte, übermannte mich nachts in meiner Kajüte, als ich mit meinem Steuermann viel getrunken hatte, der Zorn, stürzte ich aufs Verdeck und stieß ihm meinen Dolch in die Brust. Sterbend verwünschte er mich und meine Mannschaft, nicht sterben und nicht leben zu können, bis wir unser Haupt auf die Erde legten. Der Derwisch starb, und wir warfen ihn in die See und verlachten seine Drohungen. Aber noch in derselben Nacht erfüllten sich seine Worte. Ein Teil meiner Mannschaft empörte sich gegen mich, mit fürchterlicher Wut wurde gestritten, bis meine Anhänger unterlagen und ich an den Mast genagelt wurde. Aber auch die Empörer erlagen ihren Wunden und bald war mein Schiff nur ein großes Grab. Auch mir brachen die Augen, mein Atem hielt an und ich meinte zu sterben. Aber es war nur eine Erstarrung, die mich gefesselt hielt. In der nächsten Nacht, zur wie den Derwisch in die See geworfen, erwachte ich und alle meine Genossen, das Leben war zurückgekehrt, aber wir konnten nichts tun und sprechen, als was wir in jener Nacht gesprochen und getan hatten. So segeln wir seit fünfzig Jahren, können nicht leben, nicht sterben, denn wie konnten wir das Land erreichen? Mit toller Freude segelten wir allemal mit vollen Segeln in den Sturm, weil Hund des Meeres zur Ruhe zu legen. Es ist uns nicht gelungen. Jetzt aber werde ich sterben. Noch einmal meinen Dank, unbekannter Retter, wenn Schätze dich lohnen können, so nimm mein Schiff als Zeichen meiner Dankbarkeit. Der Capitano ließ sein Haupt sinken, als er so gesprochen hatte, und verschiet. So gleich zerfiel er auch wie seine Gefährten in Staub. Wir sammelten diesen in ein Kästchen und begruben ihn an Land. Aus der Stadt nahm ich aber Arbeiter, die mir mein Schiff in guten Zustand setzten. Nachdem ich die Waren, die ich an Bord hatte, gegen andere mit großem Gewinn eingetauscht hatte, mietete ich Matrosen, beschenkte meinen Freund Muli reichlich und schiffte mich nach meinem und meine Waren zum Markt brachte. Der Prophet segnete mein Unternehmen. Nach dreiviertel Jahren lief ich, noch einmal so reich, als mich der sterbende Kapitän gemacht hatte, in Balsora ein. Meine Mitbürger waren erstaunt über meine Reichtümer und mein Glück und glaubten nicht anders, als dass ich das Diamantental des berühmten Reisenden Sindbad gefunden habe. Ich ließ sie in ihrem Glauben. Von nun an aber mussten die jungen Leute von Balsora, wenn sie kaum 18 Jahre alt waren, in die Welt hinaus, um gleich mir Glück zu machen. Ich aber lebte ruhig und in Frieden. Und alle fünf Jahre mache ich eine Reise nach Mekka, um dem Herrn an heiliger Stätte für seinen Segen zu danken und für den Capitano und seine Leute zu bitten, dass er sie in seinen Paradies aufnehme. Der fliegende Holländer Hoch auf den Wellen bewegte sich still und unheimlich der mächtige Rumpf eines Ostindien Fahrers, der sich der Tafel bei Gegenüber fand. Seit drei Tagen kämpfte er vergebens mit einer Windstille. Die kaum gefüllten Obersegel brachten ihn nur wenig von der Stelle und die heftige Strömung des Meeres trieb ihn unwiderstehlich seitwärts. Hundert Augen hingen an der blauen Himmelsdecke, ob nicht irgendwo ein Wölkchen zu ersperren sei, von dem man die Rettung aus der stets wachsenden Gefahr eroffen könne. Aber D. war klar und durchsichtig und spiegelte sich in dem glatten Meer wieder. Ein trüber Geist des Unmut, der noch eine verborgenere Ursache als den der Windstelle hatte, beherrschte das Schiff, das den stolzen Namen Hilderland führte und der Stolz der holländisch-ostindischen Handelsflotte war. Der böse Geist, der den Frieden aus seinen Kajüten und von seinem Verdeck verjagt hatte, Menier Klaas von Baleam, ein stolzer, herrschsichtiger Mann mit einem versteinerten Herzen und einem belasteten Gewissen. Die Offiziere gingen lautlos auf und ab und warfen verstohlene Blicke nach dem Eingang der Kajüte, fürchtend, dass ihr Oberhaupt erscheinen werde. Die Matrosen ließen sich gar nicht sehen. Sie hockten hinter den Booten, dem Spill und den Wasserfässern und flüsterten sich scheu und verstohlen ihre Bemerkungen und Befürchtungen zu. Ein alter, bärtiger Matrose, der dreimal sieben Jahre auf Ostindien gefahren war, lag auf dem Bugspreet in dem Netz des Starksegels und schaute auf einen jüngeren Genossen, der dicht unter ihm auf der Blinden Rasa saß. »Wir gehen hier viel um Unglück aus dem Wege«, sprach der junge Seemann von unten herauf. »Der Dienst auf dem Bugspreet hat sein Gutes, das auswehende Jacksegel macht, dass wir vom Deck aus nicht gesehen werden können, und das Rauschen vor dem Bug übertönt unsere Worte. Wir können ohne Scheu miteinander reden. Bis uns einer über den Hals kommt, der stark genug ist, uns das Maul zu stopfen. Uns hier vorne und denen auf dem Quater deck. Hier in der Tafel bei ist, nimm etwas Gutes für einen Seemann zu hoffen, und der soll seinen Gott preisen, der sie mit leicht gerefften Segeln rasch durchschneidet. Wir liegen nun schon drei Tage darin, ohne von der Stelle zu kommen, und wenn der erscheint, dessen Namen mein frommer Seemann nicht aussprechen soll, ohne ein Gebet herzusagen, Ich weiß schon, unterbrach ihn jener, ihr meint von der Decken, den fliegenden Holländer. Still, du Unglücksbursche! Nun, ich werde doch wohl von ihm reden können. Ist sein Name so gefährlich, dass er euch vergiftet, wenn ihr ihn in den Mund nehmt? Alles Glück mit Hollands Flagge! Sie wird ebenso ungestört von unserer Gaffel wehen, wenn Kapitän von der Decken sich tausend Meilen von uns befindet, als wenn er auf Kanonenschuss weiter in unser Kielwasser steuert. Denn, mein guter Schiffsmord, ich muss euch nur sagen, dass ich von der Geschichte nicht sonderlich viel glaube und sie eher für altes Weiber geklatsche als für Wahrheit halte. Der bärtige Matrose ward blutrot vor Zorn und richtete sich halb auf. Die Pest auf dein Leib, du Hund, noch einmal stoße solche Lästerung aus, und ich gebe dir einen Fußtritt, dass du rücklinks in die See fällst. Der junge Seemann eilte mit großer Schnelle nach dem Außenende der Rahr und rief, sieh zu, ob ihr mich hier mit eurem Fuße zu erreichen vermögt. Er hielt einige Augenblicke in seiner gefährlichen Stellung aus, dann aber schwang er sich wieder einwärts und sagte, meine Ration Genefe sollt ihr zwei Tage hintereinander haben, wenn ihr mir sagt, ob etwas an dieser Geschichte mit dem fliegenden Holländer ist, und was ihr von der Geschichte eigentlich wisst, denkt nur, zwei Rationen. Dieser Versuchung konnte jener nicht widerstehen. Er überwand seine Furcht vor dem Gespensterschiff und begann. War der Kapitän eines großen und mächtigen Schiffes, dieser von der Decken, reiches Gut im Raum und böses Volk in seinen Kohen. Er selbst war der Ärgste an Bord und raste und tobte während einer ganzen Reise mit und ohne Ursache. Wenn er aber in seine Kajüte hinabstieg, schloss er sich ein. Kein Mensch durfte versuchen, hereinzukommen, wenn ihm sein Leben lieb war, und dann ging die Gräuel erst recht an. Er lärmte und tobte, stampfte mit den Füßen und sprach laut vor sich hin, doch so undeutlich, dass man nicht eine Silbe verstehen konnte. Oft erhielt er auch Antwort von einem Dritten, dessen Gegenwart niemand bemerkte, und wenn dieser sprach, war es ein Lärm, als ob alle Geister in der Hölle zugleich losgelassen würden. Manche wollen sogar gespürt haben, dass es nach hellischem Feuer rauch. Gewiss ist es, dass nach einem solchen Versuch jedes Mal ein heftiger Sturm folgte, der das Schiff in die größte Gefahr brachte. Ging nun Kapitän von der Decken nach einer solchen, vom Teufel unterstützten Reise vor Anker, dann begab er sich sogleich ans Land und brachte dort alle Teufeleien an, die er unterwegs von dem alten Höllenburschen gelernt hatte. So trieb er es wohl nicht besonders in Zucht und Ehren, fragte der junge Matrose, und ist es am Ende wahr, dass er dem Weibsvolk absonderlich mitgespielt haben soll? Der Teufel lasse ihm seine Niederträchtigkeiten wohlbekommen, brummte Jena. Er büßt sie jetzt ab und wird büßen müssen bis an das Ende aller Tage. Hoch auf den Dünen der Nordsee und fern von jenem bewohnten Ort hatte er ein großes Haus zum Eigentum, darin trieb er sein Unwesen. Innerhalb der wohlverschlossenen Pforte saß ein altes Hexenweib als Wächterin, die war ihm treu ergeben und mit allen boshaften Ratschlägen schnell bei der Hand. Brachte ihm sein Gevatter Pferdefuß aus den Töchtern des Landes einen fetten Bissen zur Büßung seiner bösen Lust, ernahm die Alte sie erst vor und richtete sie gehörig ab, damit der gestrenge Gebieter keinen Anlass zur Klage haben sollte. Dafür soll der Teufel dieser Alten besonders geneigt gewesen sein, und zuzuwenden, wenn er diesem eines Tages den Hals umdrehen werde. Und hat die Hexe diese Erbschaft bekommen? Nichts hat sie bekommen. Der Teufel sagte, sie solle erben, sobald er dem von der Decken den Hals umgedreht habe. Aber dieser lebt gewissermaßen heute noch, und das ist ja eben die Teufelei, dass der Teufel seine eigene Base bei dieser Gelegenheit betrogen hat. Sie ging leer aus, und er braucht das erbeutete Gold nun dazu, um unschuldiges Blut in seinen Schlingen zu fangen. Alle Goldstücke, welche die ostindische Kompanie uns zeigt, sind solche Teufelslokspeise, und das ehrliche Seemannsblut geht richtig in die Falle. Ich für meinen Teil bin nun schon viermal hineingeplumpst, denn eine Reise nach Batavia ist nichts anderes als ein Kreuzzug nach der Hölle, von dem er mit leeren Taschen heimkehrt, und der ärgste Streich, den euch der Teufel spielt, ist der, das bei der Abrechnung jedes Mal Null mit Null aufgeht, und ihr von Glück sagen könnt, wenn ihr eine Handvoll Silbergulden kriegt. Aber, um wieder auf Hunde Decken zu kommen, und damit ich meinen René verehrlich verdiene, es wurden in dem alten Hause arge Dinge angestellt, und die Mädel waren dir so gelehrig, dass sie das tollste Zeug trieben, was nur von ihnen verlangt wurde. Nun dauerte aber eine solche Freude nicht lange, und wenn er einer Dirne satt war, gab er nicht etwa eine Handvoll Gold und schickte sie fort, nein, er drehte ihr den Hals um, damit sie nicht ausplaudern sollte, wie es bei ihm zugehe. Brach dann die Nacht herein, so steckte er, mit Hilfe seiner Hexe, die Leiche in einen großen Sack. Sie schleppten diesen an den Strand und warfen ihn in die Wenn nun der Sack hineinplumpste und die See darüber zusammenschlug, lachten die beiden Bösewichter laut auf, und der Teufel antwortete ihnen von Ferne. Einstmals aber nahm das Ding ein unerwartetes Ende. Der Teufel hatte wieder ein kostbares Stück für seinen Freund ausgesucht und brachte es ihm. Es war ein Mädchen wie Milch und Blut und das Schönste, was von der Decken bisher gesehen hatte. Der Teufel hatte sie geraubt, als sie aus der Heiligen Messe kam, in demselben Augenblick, als sie dem herrenden Diener das Messbuch zu tragen gab, denn vorher hatte er keine Macht über sie. Man sagt, die Jungfrau hat in jenem Augenblick an ein großes Kirmesfest gedacht, wo sie ihren Herz aller Liebsten treffen sollte. Darüber sei ihr Gemüt in weltliche Dinge versenkt und die Messe vergessen worden. Dies benutzte der Teufel und führte sie ungesehen nach dem Hause von der Deckens. Die alte Hexe gab sich mit dem schönen Kind die allerdenklichste Mühe, aber es wollte ihr nicht gelingen. Alles war vergebens, und wenn die alte ihr das Sündenleben in den schönsten Farben malte, fiel die Jungfrau auf die Knie und betete um Erlösung aus diesem Elend. Da erwachte der Zorn der Alten und brach maßlos über das arme Kind herein. Sie schlug es und eilte zu von der Decken, die widerspinste Gedirne bei ihm zu verklagen. Dieser geriet ebenfalls in Wut und rannte nach dem Flur, wo sich das fromme Mägdelein befand, um sie auch zu züchtigen. Als er ihrer jedoch ansichtig ward und den heiligen Schein bemerkte, der von ihr ausging, bemächtigte sich seiner ein sanfteres Gefühl, und er suchte sie durch freundliche Worte zu kirren. Aber welche Künste er auch versuchen mochte, alles blieb furchtlos, denn lieber wollte sie ihren Leib mit ihren Nägeln zerfleischen, als zugeben, dass er ihn mit seinen unheiligen Händen berühre. Da wurde von der Decken noch dreimal zorniger und außer sich riefe, wenn du der Bitte eines Mannes widerstehst, der sich zum ersten Male zu solcher Feigheit erniedrigte, so wollen wir sehen, was die Gewalt über dich vermag. Steh mir bei, Hexenweib, wir wollen ihr zeigen, wie dem geschieht, der sich dem Willen von der Deckens widersetzt. Und kaum hatte er diese Worte gesprochen, als beide über das arme Geschöpf herfielen und sie jämmerlich schlugen. Lange ertrug sie diese barbarische Behandlung nicht, sondern sank tot zu den Füßen ihrer Peiniger nieder. Darüber verzehrte sich von der Decken fast vor Zorn und goss all seine Wut auf den Nacken seiner Hexe aus. Dann aber nähten sie auch dies Mägdelein in einen Sack und trugen es zum Meer. »Das ist eine grauenhafte Geschichte, Schiffsmart,« sprach der junge Matrose, sich schüttelnd. »Wie wart es denn weiter?« Der Bärtige fuhr fort. »Ich will es zu Ende bringen.« Sie schleppten also den Leichnam nach dem Strand und stürzten ihn in die See. Diesmal lachten sie nicht dabei, aber desto lauter lachte der Teufel, denn das ist ein feiner Bursche und er mochte wohl merken, dass er seinen Freund von der Decken jetzt beim Schopf habe. Kaum aber war das Gelächter des Teufels verheilt, als man ein helles Klingen vernahm und ob gleich der Himmel von düsteren Wolken eingehüllt war, verbreitete sich doch ein so heller Schein auf dem Meer, als ob es vom Mond beschehen würde. Und in diesem Augenblick tauchte auch die Leiche der frommen Jungfrau aus den Wellen auf, das bleiche Antlitz zu von der Decken gewendet und ihm unaufhörlich die Worte zurufend »Folge mir, folge mir!« Das brachte ihn so sehr außer sich, dass er sich kopfüber in die See gestürzt hätte, wenn ihn die Hexe nicht mit Gewalt zurückgehalten hätte, wobei sie vom Teufel tüchtig unterstützt wurde, denn er hatte ihm ein weit schlimmeres Ende zugedacht. Darum flüsterte er dem halb besinnungslosen Kapitän zu, die Jungfrau sei gar nicht tot, und er könne sie für seine Lust retten, wenn er nur wolle. Kaum hatte der Teufel das gesagt, als auch ein großes Schiff sichtbar wurde, das von der Decken bis dahin nicht gesehen hatte, und als er genauer hinsah, entdeckte er, dass es sein eigenes war. Jetzt trieb es ihn an Bord, und kaum war er über das Fallreb, so stiegen alle Segel am Mast wie von selbst in die Höhe. Er aber befahl, den mellen Schein nachzusteuern, und den nur er ganz allein erblickte. So trieb er durch die Nordsee, durch den Kanal, am Pick von Teneriffa vorüber, durch den weiten Atlantischen Ozean. Die Mannschaft war nicht wenig über eine solche schnelle Abreise verwundert gewesen, und die Offiziere wagten es, bescheiden darum zu fragen. Sie aber erhielten keine andere Antwort als Verwünschungen, und dass ein Mädchenhaupt vor ihnen auf der See herumtanze, das von einem Heiligenschein umgeben sei und das er haben müsse. Wenn die Männer solche Äußerungen vernahmen, zockten sie die Achseln und gingen auf die Seite, denn sie konnten nicht anders glauben, als dass ihr Kapitän um seinen Verstand gekommen sei, und dachten schon daran, ihn abzusetzen. So erreichten sie nun die Tafel bei, eben den Punkt, wo wir uns befinden und wo... Die Furcht übermannte den Erzähler abermals. Er hielt inne und blickte nach allen Seiten um sich. Die Sonne sinkt immer tiefer, und bald wird es stockfinster sein. Dann ist die Zeit, wo der Böse von der Decken sich sehen lässt. Darum lass uns rasch enden. Er erreichte nun die Tafel bei, und hier ging das Ungemach erst recht an. Der Wind blies ihm heftig entgegen. Wochen und Monate vergingen, ohne dass er die Beize durchschneiden vermochte. Bald lag das Schiff über Steuerbord, bald über Backbordshalzen, aber immer trieb es während des Ganges ebenso viel rückwärts, wie es im vorigen gewonnen hatte, und alle Mühe und Arbeit war vergebens gewesen. Da ergriff den von der Decken eine ungeheure Wut. Er lästerte den Namen Gottes und rief, »Nun will ich hier segeln, bis an das in aller Tage. Soll ich mir selbst ein Schrecken und Grauen sein, will ich es auch für alle diejenigen werden, die in mein Kielwasser steuern, solange der Wind weht und der Hahn kräht.« Und kaum hatte er diese Worte gesprochen, als der Hahn, der sich in den Hühnerhocken befand, überlaut zu krähen anfing. In demselben Augenblick brach ein heftiger Sturm aus, und das Schiff raste, fast auf die Seite geworfen, mit einer solchen Schnelligkeit dahin, wie es noch jetzt die Unglückskinder sehen, die das Schicksal haben, sein Kielwasser zu schneiden. Der junge Seemann, der ein sehr aufmerksamer Zuhörer gewesen war, schüttelte sich vor Furcht, denn er hatte schon anderswo gehört, dass derjenige, der des fliegenden Holländers Kielwasserkreuz, sich selbst den Lebensfaden durchschneidet, und leise wiederholte er sich die Worte vom Bedeckens. »Solange der Wind weht und der Hahn kräht.« Die Pfeife des Bootsmanns unterbrach das Gespräch der beiden Marten. Der Wind hatte etwas geraumt, und die Rahn wurden aufgebrasst. Kaum war die Ordnung wiederhergestellt, als Kapitän Klaas von Bailam das Deck der Helderland betrat. Er grüßte seine Offiziere mit einem mürrischen Kopfnicken und begann dann nach seiner Gewohnheit, das Quaterdeck auf- und abzuschreiten. Überall war sein Auge, und überall fand er etwas zu tadeln. Die Offiziere enthielten entweder offene Verweise oder ironische Lobsprüche, und die Matrosen wurden bis in die höchsten Toppe geschickt, um die Launen des Kapitäns auszuführen. Die rascheste Befolgung der Befehle reichte nicht aus, den Unmut des Gebietes zu besiegen, sondern dieser wuchs, und wer in seine Nähe kam, war gewiss, die nachdrücklichsten Beweise seiner Unzufriedenheit zu empfangen. Auf der Brahmsaling des Fockmastes trafen zwei junge Toppgasten zusammen, die hierher auf den Utke geschickt waren. »Hörst du das Donnerwetter unter uns, Jantje? Höre es, ist gerade so, als ob du auf einem Berg stehst. Da blitzt und donnert es auch unter dir. Mag sein, bin niemals auf einem Berg gewesen, außer auf dem Hamburger. Du hattest aber nicht gedonnert und geblitzt, wohl aber gepaukt und trompetet. Was zum Teufel ist denn wieder los? Weißt es nicht, der Kapitän trägt in seiner Brust eine Art Ding, das man Gewissen nennt. So groß er auch ist, so ist das kleine Ding doch größer und will subtil behandelt sein. Warum hat es am liebsten, wenn es ruhig schläft? Nun aber wacht das unverschämte Ding mitunter auf, und dann soll es ihn unbarmherzig zwicken und zwacken. Sage mir doch, was tat deine Mutter, als du ein kleines Kind warst und sie dich in den Schlaf bringen wollte? Sie sang mir etwas vor, vom weißen Gänschen. So macht's der da unten auch. Er singt seinen Leuten so viel vom Teufel holen und vom Donnerwetter vor, ist das Gewissen, die Kneifzange ruhen lässt. Was hat es denn mit dem bösen Gewissen auf sich? Ist es wahr, dass er eine hübsche Frau hatte? Ja, so ist es, Bugsmaat. Sie war so schön, dass man sie das Auge von Brabant nannte, denn sie war in Brabant geboren. Sie trug auch ihren Mann auf Händen, aber der hat sich nicht sonderlich um sie gekümmert und sie stets rau und kurz behandelt. Darüber hat sich das arme Weib gegrämt und ist ihm aus dem Wege gegangen. Eines Tages, als der Kapitän unvorhofft in den Garten trifft, sieht er seine Frau in einer Laube sitzen und ihr zur Seite einen Mann, der sein Angesicht an der Brust des schönen Weibchens verbirgt. Er soll sehr aufgebracht gewesen sein von Galle und Wein, sonst hätte er doch wohl erst ein wenig näher hingesehen. Aber der Teufel hatte ihn schon in den Krallen, und darum zog er den Degen und stach beide durch und durch. Alle Wetter! Ja, durch und durch, sag ich dir, und die Folge davon war, dass er ein paar Tage darauf seine Frau samt ihrem Vater begraben musste. Halt ein mit deiner Geschichte! Mich packt der Schwindel! Ach, sei gar nah, Bursche! Es ist doch schon aus. Weißt du nun, warum ihm sein Gewissen wie das höllische Feuer brennt? Es ist kein Brand, den man so leicht löschen kann. Haben sie ihn denn nicht für seine Untat gestraft? Hat sich was! Menir Klaas von Balaam ist ein reicher, angesehener Mann, und reicher, angesehene Leute haben immer recht. Er wurde zwar in Gewahrsam gebracht, aber die Doktoren steckten sich dazwischen und sagten, »Gib acht, Junge, du sollst hören, dass ich durch die Hoheschule gelaufen bin und sollst Respekt vor mir kriegen.« Sie sagten, »leider in einem momentanen Wahnsinn, und da kann ihm keiner was anhaben.« »Ein Segel, ein Segel«, rief der Udkigmann vom großen Top. Die beiden Vortop-Männer fuhren bei diesem Ruf erschrocken von ihrer Saarling auf. Ihr Blick schweifte über den Horizont hin, und gleich darauf schrien auch sie, »ein Segel«. Es dämmerte schon. Die Nebel brauten auf dem Meer und machten den Blick in die Ferne unsicher. Man sah hoch im Luft etwas Weißes auf den Wellen zittern, es konnte ein Segel, aber auch irgendeine Luftspiegelung sein. In wenigen Minuten war es ganz und gar verschwunden. Die Mannschaft war in Aufruhr, der Ruf »ein Segel« war den Matrosen durch Mark und Bein gedrungen, sie sahen schon den verdammten Vonderdecken sich ihnen nähern und sie in den Abgrund ziehen. Überall steckte man die Köpfe zusammen, überall war ein unheimliches Flüstern, »wenn er es ist, haben wir ihn in einer Stunde längsseits«, und dann setzte ein Boot aus. »Das tut er immer, und Gnade uns Gott, wenn er an Bord kommt, dann bringt er Briefe, über deren Bestellung uns der Atem ausgehen kann. Verdammt sei mein Eifer, an Bord dieses heillosen Schiffes zu gehen! Nun muss ich doch in den Rachen dieses Teufels fahren und kann nicht mit meiner Gescher Hochzeit machen!« Auch auf dem Halbdeck herrschte einige Aufregung. Die Offiziere warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu. Der Kapitän trat zu ihnen und sagte, »Wollen die Offiziere den Matrosen nachäffen, die schon alle den Verstand verloren haben und nach einem Gespenst Ausschau halten, das nirgends als in ihrem Gehirn spukt?« »Doch, Kapitän«, entgegnete der erste Offizier, ein alter, stürmfester Seemann, »der Mond hat den fliegenden Holländer auf das flüchtige Element gebannt, und leicht wittert er Blut. Ich gehöre nicht zu den starken Geistern, die alles hinwegleugnen wollen, was über ihren Horizont geht, und nie werde ich es mir einfallen lassen, das Dasein jenes unheilvollen Schiffes zu leugnen. Mag er immerhin kommen, fest und ruhig will ich ihm entgegensehen, denn ich habe ein unbelastetes Gewissen.« Der Kapitän biss sich auf die Lippen und ging hastig auf und nieder. Die Offiziere erwarteten mit kalter Resignation den Zornesausbruch ihres Gebieters. »Ein Segel! Ein Segel!« schrie es wieder, und derselbe gespenstische weiße Streifen flog in Luft hin. »Bootsmann!« rief der Kapitän überlaut. »Achtet auf die Leute! Der Erste, der wieder ruft, ein Segel, soll an den Mast gebunden und gepeitscht werden, bis ihm der Atem ausgeht. Ruhe überall! Für jedes Wort, das aus dem ungewaschenen Maul eines Matrosen geht, ein Dutzend Hiebe mit der Katze!« Grabes Stille herrschte an Bord des Ostindienfahrers. Stumm und scheuen Blickes schlichen die Leute aneinander vorüber. Düstere Nebel schaukelten sich auf den Wellen, die Nacht brach unheilverkündend herein. Ein junger Offizier, ein Verwandter des Kapitäns, wagte es endlich, diesen anzureden. Er erhielt eine kurze, beleidigende Antwort. Jener erwiderte lebhaft, der Wortwechsel wurde heftiger, und außer sich schrie der Kapitän, »Schlag den Rebellen in Ketten!« Der junge Offizier trat ganz nah an ihn heran. »Mich wundert, dass ihr das Richteramt nicht stehenden Fußes ausübt und mich dahin sendet, wo ihr meinen Ohrheim und euer Weib gesendet habt, sollte es auch abermals in momentanem Wahnsinn geschehen.« Da wich alles Blut aus dem Gesicht des Kapitäns, seine Hände ballten sich krampfhaft, und der Schaum trat ihm vor den Mund. Er griff nach dem Dolch, ein Stoß, und der junge Mann lag röchelnd am Boden. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr den Offizieren, die ihrem sterbenden Kameraden zu Hilfe eilten. »Jesus, Maria und Josef!« schrie ein junger Portugiese, der hoch auf dem Spiel stand und deutete mit der Hand vor sich hin. Durch die Finsternis wurde die unfärmige Gestalt eines riesenhaften Schiffes sichtbar und schwankte geräuschlos vor dem Bug der Hilderland vorüber. Es war der fliegende Holländer. Mit stillem Grauen starrten die Matrosen die unheilvolle Erscheinung an, die sich langsam fortbewegte und endlich im Nebel verschwand. Der Kapitän zog sich in seine Kajüte zurück. Die Offiziere standen auf einem Haufen zusammengedrängt und berieten miteinander, während einige unerschrockene Topmänner unter Anleitung des Bootsmanns die Leiche des jungen Mannes unter Deck trugen. Die Leute rannten in großer Unordnung durcheinander. Keine Ermahnung, kein Befehl des Backoffizieres vermochte, sie zur Ruhe zu verweisen. Sie verweigerten den Gehorsam und schickten sich an, Gewalt mit Gewalt zu beantworten. So ging die Nacht vorüber, und der anbrechende Morgen fand den Aufruhr in vollem Gange. Aber als der erste Strahl des Tages über das Deck hinwegflog, wich der Zorn von den erbleichenden Gesichtern, denn das gespenstische Schiff des Entsetzlichen von der Daken dehnte sich vor ihn auf den Wogen, und seine Schaluppe stieß von Bord. Mit Entsetzen sahen Offiziere und Matrosen diesem Schauspiel regungslos zu. Nur der Kapitän blickte trotzig um sich. Auf seinem Gesicht sah man keine Furcht, und halb drohend, halb spottend rief er über das Deck hin, »Haltet ein starkes Tauende bereit, um es diesem Burschen zuzuwerfen! Wir wollen hören, was er uns zu sagen hat!« Dieser Befehl ward nicht befolgt, denn alle starrten nach der Schaluppe, die ohne Rude über die Wellen glitt und gerade auf die Gelderland zuhielt. Nur ein Mann befand sich darin und starrte das Schiff unverwandten Blickes an. Zum ersten Mal beschlich jetzt ein Gefühl der Furcht das Herz des Kapitäns, und er unterließ es seinem Befehl, den gehörigen Nachdruck zu geben. Auch sein Auge haftete auf der Schaluppe, die jetzt den Bug streifte, und darauf am Fallrieb des Steuerbords wie gefesselt lag. Der Seemann, der sich darin befand, stieg das Deck hinan, ging gerade auf den Kapitän zu, der sich an die Spitze seiner Offiziere gestellt hatte, und fragte mit einer hohlen Grabesstimme, »Wer seid ihr? Und woher kommt ihr?« »Wir kommen von Amsterdam. Dies ist das Schiff Gelderland, und ich bin Klaas von Balaam, der Befehlshaber desselben.« »Klaas von Balaam, ihr wollt so gut sein, diese Briefe, die euch mein Kapitän, wenn ihr von der Deyken sendet, mit nach Holland zu nehmen, und sie gewissenhaft zu besorgen.« »Was fällt euch ein? Wann soll ich diese Briefe besorgen? Jetzt segle ich nach Portafia, und erst in sieben Jahren kehre ich nach Amsterdam zurück.« »Eine kurze Frist. Ihr kehrt immer noch früher zurück als wir, denn wir kreuzen ihr in der Tafel bei und finden immer das Ende. Nehmt die Briefe!« Der Ton des gespenstischen Seemannes war so dringend, so mitleiderregend und furchtbar zugleich. Der Blick, den er auf den Kapitän warf, verwirrte diesen so sehr, dass er die Hand ausstreckte, und zum großen Entsetzen aller die Briefe annahm. In diesem Augenblick hob sich eine hohe Gestalt über die Galerie des Gespensterschiffes empor, breitete die Arme aus wie zum Große, dann brachte sie das Sprachrohr an den Mund und rief über das Meer hin, »Grüß die Heimat!« Und gleich darauf war sie wieder verschwunden. »Das ist von der Decken«, sprach der gespenstische Seemann. »Er sendet nur dem einen Gruß, den er dieser Ehre besonders wert hält.« Und als er das gesagt hatte, war vom Deck und seine Schaluppe vom Fallrieb verschwunden. Das Gespensterschiff aber schien vor den Augen der ganzen Mannschaft in den Abgrund zu sinken. Der Kapitän hielt noch immer die Briefe vor sich hin und las, »an den ehrenwerten Kaufmann, Mönier Behrendt von den Stachen, wohnhaft Stübenhäck, Drie.« Der erste Offizier unterbrach ihn, »das Haus Behrendt von Stachen ist bereits verschollen und Stübenhäck seit länger als hundert Jahren niedergerissen, um an dieser Stelle eine neue Kirche zu bauen.« »Ihr seht, der fliegende Holländer ist nun doch bei uns an Bord gewesen, und wir sind verloren.« Der ausbrechende Sturm verschlang seine Worte und brachte die Tafel bei in solche Aufregung, dass das Schiff binnen wenigen Minuten in die äußerste Gefahr geriet. Schwere Gewitterwolken senkten sich immer tiefer herab und umleuchteten es mit ihren Blitzen. Der Notschrei der Mannschaft verhalte ungehört im Brausen des Sturmes. Das Schiff Gildoland ist nie in Batavia angekommen. Die Rache des Zwerges Es gab wohl kaum einen Menschen, der so sehr einen lustigen Spaß liebte wie der König. Er ging förmlich darin auf, und wem einen guten Witz recht übermütig zu erzählen wusste, der war sicher, seine Gunst zu gewinnen. Daher kam es auch, dass seine sieben Minister alle ausgezeichnete Spaßmacher waren. Aber nicht nur in ihrer Vorliebe für lustige Scherze glichen sie dem König, sondern auch in ihrer schweren, fetten Wohlleibigkeit. Ob nun die Menschen dick werden durch das Lachen, oder ob die Dicken eine natürliche Veranlagung zur Lustigkeit haben, jedenfalls ist ein magerer Spaßvogel eine seltene Sache. Aus feineren, geistvollen Witzen machte sich der König aber gar nichts. Er hatte eine Vorliebe für das Derbe, und er ließe sich eine allzu lange als eine spitzfindige Geschichte erzählen, denn alles Feine ermüdete ihn. Er würde Rabelais Gargantur, dem Zadig Voltais, entschieden vorgezogen haben, wie überhaupt ein toller Streich, den er mit ansehen konnte, seinem Geschmack mehr behagte als eine nur erzählte Geschichte. Zu der Zeit, in der diese Erzählung spielt, gab es an den Höfen nur berufsmäßige Spaßmacher. Gerade die größeren Potentaten legten noch Wert darauf, einen Hofnarren zu halten, der in einem buntschäckigen Gewand und mit einer Schellenkappe herumlief und als Entgelt für die Brosamen, die von der Königstisch fielen, zu jeder Zeit auf den leisesten Wink mit scharfen Witzen aufwarten musste. Unser König hatte natürlich auch seinen Hofnarren. Er brauchte, wie er sagte, etwas Verrücktes. Schon als Gegengewicht gegen die tiefe Weisheit seiner sieben klugen Minister, um von seiner eigenen Weisheit gar nicht zu reden. Sein Narr oder berufsmäßiger Spaßmacher war aber nicht nur ein Narr, er war, was ihm in den Augen des Königs einen dreifachen Wert gab, zugleich auch ein Zwerg und ein Krüppel. Zwerge gab es in jenen Zeiten an den Höfen ebenso häufig als Hofnarren, und manche Monarchen würde es schwergefallen sein, die Zeit totzuschlagen, die er an den Höfen langsamer verlief als anderswo, ohne ein Spaßmacher, mit dem er lachen konnte, und ein Zwergen, über den er lachte. Aber, wie schon vorhin gesagt, in neunundneunzig von hundert Fällen sind die Spaßmacher fette, runde und plumpe Gesellen, sodass unser König sich schon etwas darauf einbilden konnte, in Hopfrosch einen dreifachen Schatz in einer Person zu besitzen. Der Name Hopfrosch war dem Zwerge natürlich nicht von seinen Paten bei der Taufe gegeben worden. Er hatte ihn nach gemeinsamer Beratung der sieben Minister erhalten, und zwar wegen seiner Unfähigkeit, wie andere Menschen zu gehen. Hopfrosch konnte sich tatsächlich nur rückweise vorwärts bewegen. Seine Gangart war ein abwechselndes Springen und Rutschen, das dem König ein unbegrenztes Vergnügen bereitete und ihn vor allem auch tröstete. Denn der König konnte gegen ihn, trotz seines vorspringenden Bauchs und seines Wasserkopfes, immer noch für eine stattliche Figur gelten. Aber obgleich sich Hopfrosch infolge der Missbildung seiner Beine nur mühsam und schwer auf ebener Erde bewegen konnte, so befähigte ihn eine erstaunliche Muskelkraft seiner Arme, die ihm die Natur als Entgelt für die Minderwertigkeit seiner unteren Glieder gegeben hatte, zu einer wundervollen Fertigkeit im Klettern, sobald er nur einen Strick, einen Baum oder sonst etwas Ersteigbares fand. Bei solchen Kunststücken glich er mehr einem Eichhörnchen oder einem kleinen Affen als einem Frosch. Es war nicht genau bekannt, aus welchem Lande Hopfrosch stammte. Es musste aber sicherlich eine barbarische Gegend sein, von der niemand je etwas gehört hatte und die weit entfernt vom Hof und seinem König lag. Hopfrosch und ein junges Mädchen, das fast gerade so zweckhaft klein wie er selber, aber von zartestem Ebenmaß war und wundervoll tanzen konnte, hatte man mit Gewalt aus ihrer Heimat geraubt und verschleppt. Und später waren die beiden dem Könige von einem seiner siegreichen Generale als Geschenk zugesandt worden. Unter solchen Umständen kam es ganz von selbst, dass zwischen den beiden kleinen Gefangenen eine große Vertrautheit entstand, und sie wurden bald geschworene Freunde. Hopfrosch, der trotz seiner vielen Fähigkeiten nicht sehr beliebt war, konnte Tripetta keine großen Dienste erweisen. Aber sie wurde, trotzdem sie Zwergin war, wegen ihrer Grazie und zarten Schönheit allgemein bewundert und gehätschelt. Dadurch besaß sie einen bedeutenden Einfluss und verfehlte nie, so oft sie es konnte, ihn zugunsten von Hopfrosch zu verwenden. Bei irgendeiner großen Staatsaktion beschloss nun der König, eine Maskerade abzuhalten. Und jedes Mal, wenn ein Maskenfest oder etwas Ähnliches bei Hofe stattfand, dann spielten natürlich Hopfroschs und Tripetters Talente die Hauptrolle. Besonders war Hopfrosch so erfinderisch in neuen Ideen für Prunkaufzüge und in Kostümen für die Maskenbälle, dass nichts ohne seine Mitwirkung geschehen konnte. Der für das Fest bestimmte Abend war gekommen. Einen prächtigen Saal hatte man unter Tripetters Leitung mit allem Zierat geschmückt, der auf einem Maskenball Eindruck machen konnte. Der ganze Hof befand sich in fieberhafter Erwartung. Was die Maskenkostüme anging, so war darüber wohl sicher jeder zu einem Entschluss gekommen. Manche wussten schon seit Wochen, welche Rolle sie spielen wollten, und es bestand darüber nirgendwo mehr ein Zweifel, als nur noch bei dem König und bei seinen sieben Ministern. Warum sie sich eigentlich nicht entscheiden konnten, das war unklar. Vielleicht waren sie zu scherzhaft gestimmt, oder, was wahrscheinlicher ist, sie fanden es bei ihrer Korpulenz schwierig, überhaupt einen Entschluss zu fassen. Jedenfalls verging darüber die Zeit, und als sie sich nicht mehr zu helfen wussten, ließen sie Tripetter und Hopfrosch holen. Die beiden kleinen Freunde gehorchten dem Befehl des Königs und fanden ihn mit seinen sieben Mitgliedern des Kabinettsrats bei Weinsitzen. Aber er schien in sehr schlechter Laune zu sein. Er wusste, dass Hopfrosch den Wein nicht liebte, denn dieser erregte den armen Krüppel fast bis zum Wahnsinn, und Wahnsinn ist kein angenehmes Gefühl. Aber der König liebte nun einmal derbe Scherze, und darum machte es ihm Vergnügen, Hopfrosch zu zwingen, sich zu betrinken und, wie der König es nannte, lustig zu sein. »Komm her, Hopfrosch«, rief er, als der Hofner und seine Freundin in das Zimmer traten, »schluck diesen Humpen auf das Wohl deiner fernen Freunde!« Hier seufzte Hopfrosch, »und dann gib uns eine Probe deiner Erfindungsgabe. Wir brauchen Charaktermosken, etwas ganz Neues, noch nie Dagewesenes. Ach, wir haben es satt, immer wieder dasselbe zu sehen. Los, trink! Der Wein wird deinen Verstand schärfen.« Hopfrosch versuchte, wie gewöhnlich, mit einem Scherz auf die Worte des Königs zu erwidern, aber es gelang ihm nicht. Er hatte zufällig gerade Geburtstag, und der Befehl, auf das Wohl seiner fernen Freunde zu trinken, trieb ihm die Tränen in die Augen. Manche schweren und bitteren Tropfen fielen in den Pokal, als sie ihn demütig aus der Hand des Tyrannen entgegennahm. »Haha!« brüllte lachend der König, als der Zwerg widerstrebend den Becher lehrte. »Sieh mal, was ein Glas guten Wein es vermag! Deine Augen beginnen schon zu leuchten!« Der arme Bursche! Seine großen Augen glühten mehr, als sie leuchteten, denn die starke Wirkung, die der Wein auf sein erregbares Gehirn ausübte, trat fast unmittelbar ein. Zittern stellte er den Pokal auf den Tisch und stierte mit einem halbwahnsinnigen Blick auf die Anwesenden. Sie schienen alle höchst belustig zu sein über den Erfolg, den der Spaß des Königs hatte. »Und nun ans Geschäft«, sagte der erste Minister, ein sehr dicker Mann. »Ja«, meinte der König, »also, Hopfrosch, du musst uns helfen. Charaktermasken, mein lieber Freund, wir brauchen Charakter, wie alle.« Und da dies sicherlich ein Witz sein sollte, brachen alle sieben in das gleiche Lachen aus. Hopfrosch lachte ebenfalls, obgleich nur schwach und etwas zerstreut. »Also los«, rief der König ungeduldig, »was fällt dir ein?« »Ich bemühe mich, etwas Neues auszudenken«, antwortete der Zwerg ausdruckslos, denn er war ganz verwirrt von dem Wein. »Du bemühst dich«, schrie der Tyrann wütend, »was willst du damit sagen? Ich verstehe, du bist missgestimmt und brauchst mehr Wein. Hier, trink dies«, und erfüllte von Neuem den Pokal und bot ihm den Krüppel an, der ihn nach Luft schnappend anstarrte. »Trink«, »sag ich«, brüllte der Unhold, »oder beim höllischen Freund«. Der Zwerg zauderte, und der König wurde rot vor Wut. Die Höflinge grinsten, Tripetta aber, bleich wie der Tod, trat vor des Königs Stuhl und fiel auf die Knie, indem sie um Schonung für ihren Freund flehte. Der Tyrann betrachtete sie außer sich vor Erstaunen über ihre Kühnheit einige Augenblicke. Er schien nicht recht zu wissen, was er tun oder sagen sollte, um seinem Unwillen Ausdruck zu geben. Schließlich stieß er sie, ohne eine Silbe zu sprechen, heftig zurück und goss ihr den Inhalt des vollen Humpens ins Gesicht. Das arme Mädchen erhob sich so gut es vermochte, und ohne nur einen Seufzer zu wagen, nahm sie wieder ihren früheren Platz und nahm Tisch ein. Eine halbe Minute lang herrschte ein tödliches Schweigen, währenddessen man das Fallen eines Blattes oder einer Feder gehört hätte. Es wurde durch einen leisen, aber scharfen und knirschenden Ton unterbrochen, der aus jeder Ecke des Zimmers zugleich zu kommen schien. »Was, was machst du da für ein Geräusch?«, fragte der König, indem er sich wütend nach dem Zwerge wandte. Dieser schien sich jetzt ganz von seiner Trunkenheit erholt zu haben und sah fest und ruhig dem Tyrannen ins Gesicht, wobei er gleichmütig sagte, »Ich, ich, wie könnte ich das gewesen sein?« »Das Geräusch schien von draußen zu kommen,« bemerkte einer der Höflinge, »ich glaube, es war der Papagei am Fenster, der seinen Schnabel an den Drähten des Käfigs wetzte.« »So war es,« sagte der König, als beruhigte ihn diese Erklärung sehr. »Aber bei meiner Ritter Ehre, ich hätte schwören mögen, dieser Vagabund habe mit den Zähnen geknirscht.« Jetzt lachte der Zwerg. Der König war ein viel zu großer Freund von Späßen, um je an einem Lachen Anstoß zu nehmen, und zeigte zwei Reihen großer, fester und sehr grimmiger Zähne. Auch erklärte er sich gern bereit, so viel Wein zu trinken, wie man von ihm verlangte. Der Monarch war beruhigt und Hopfrosch, der einen frischen Humpen ohne bemerkbare üble Wirkung herunterschluckte, beschäftigte sich sofort und sehr verständlich mit dem Plan zur Maskerade. »Ich weiß nicht, was mich darauf brachte«, bemerkte er sehr ruhig, »und als ob er nie in seinem Leben Wein getrunken hätte. Aber gerade als eure Majestät das Mädchen geschlagen und ihr den Wein ins Gesicht geschüttet hatten, gerade als eure Majestät dies getan hatten und der Papagei draußen vor dem Fenster dieses seltsame Geräusch machte, fiel mir etwas Großartiges ein. Es handelte sich um einen lustigen Gebrauch aus meiner Heimat, den wir dort bei unseren Maskeraden oft ausübten und der hier etwas ganz Neues sein wird. Unglücklicherweise gehören aber acht Personen dazu und ... »Das sind wir«, rief der König und lachte über seine scharfsinnige Entdeckung dieser Zufälligkeit. »Wir sind genau acht, ich und meine sieben Minister. Weiter, wie ist es mit dem Spaß?« »Wir nennen ihn«, antwortete der Krüppel, »die acht aneinandergeketteten Orang-Utans, und es gibt wirklich einen ausgezeichneten Spaß, wenn man die Sache richtig spielt.« »Wir wollen sie schon spielen«, bemerkte der König, indem er sich in die Brust warf und seine Augen zusammenkniff. »Der Haupteffekt bei dem Spaß«, fuhr Hauptfrosch fort, »liegt in dem Schreck, der da bei den Damen eingeflößt wird.« »Großartig«, brühten der König und seine Minister im Chor. »Ich werde Sie als Orang-Utans verkleiden«, sagte der Zwerg weiter. »Sie können das mir überlassen, die Ähnlichkeit soll so täuschend sein, dass die ganze Festgesellschaft sie für richtige Tiere halten und natürlich in einen heillosen Schrecken geraten wird.« »Oh, das wird eine prächtige Geschichte«, rief der König, »Hauptfrosch, ich werde einen Mann aus dir machen.« Die Ketten dienen dazu, durch ihr Klirren die Verwirrung zu steigern. »Es soll aussehen, als seien sie gemeinsam ihren Wärtern entflohen.« Eure Majestät können sich kaum den Eindruck vorstellen, den das plötzliche Erscheinen von acht aneinandergeketteten Orang-Utans in einer Maskengesellschaft macht besonders, wenn die meisten sie für echte Bestien halten, die nun mit wilden Schreien durch eine Menge elegant und vornehm gekleideter Männer stürmen.« Der Kontrast ist wundervoll. »Es muss sein«, sagte der König und brach mit seinen Ministern auf, um Hopfroschs Idee eiligst in die Wege zu setzen, denn es wurde langsam spät. Die Art, wie der Zwerg die Gruppe als Orang-Utans verkleidete, war sehr einfach und doch sehr wirkungsvoll. Zu jener Zeit hatte man solche Tiere schwerlich schon einmal in einem zivilisierten Lande gesehen, und da die Verkleidung, die der Zwerg herrichtete, einen ziemlich bestialischen und jedenfalls furchterweckenden Eindruck erzielte, so hielt man ihr Aussehen für naturgetreu genug. Zunächst wurden der König und seine Minister in eng anliegende, baumwollene Hemden und Hosen gekleidet. Diese wurden dann mit Tee überstrichen. Einer von der Gruppe schlug jetzt das Ankleben von Federn vor, aber der Zwerg verstand es, diese Ideen sofort auszureden, indem er sie alle acht durch den Augenschein davon überzeugte, dass nicht so sehr das Fell eines Orang-Utans vortäuschen könnte, als Flachs. Dieses wurde also in dicken Lagen auf den Teer geklebt und dann eine lange Kette geholt. Diese wurde zuerst um die Taille des Königs geschlungen und fest verknotet, dann kamen die anderen der Reihe nach daran. Und als sie alle gefesselt waren, bildeten sie, wenn sie sich, soweit sie konnten, voneinander stellten, einen großen Kreis. Um nun alles so natürlich wie möglich zu machen, befestigte Hopfrosch die beiden Kettenenden noch kreuzweise als Durchmesser durch den Kreis, gerade so, wie man heute in Borneo gefangene Schimpansen und andere große Affen fesselt. Der große Saal, in der die Maskerade stattfinden sollte, war rund gebaut und sehr hoch, und das Tageslicht konnte nur durch ein einziges Fenster oben in der Spitze hereinströmen. Bei Nacht, und für diese Zeit war ja der Raum eigentlich gebaut, wurde er in der Hauptsache durch einen großen Kronleuchter erhellt, der an einer Kette von der Mitte des Deckenfensters herabhing und, wie gewöhnlich bei solchen Lampen, durch ein Gegengewicht auswärts und abwärts gezogen werden konnte. Doch hatte man des Besseren Aussehens halber dieses Gegengewicht außerhalb der Kuppel auf dem Dach angebracht. Die Ausstattung des Raumes war der Oberaufsicht Repetters überlassen worden, aber in gewissen Einzelheiten hatte sie sich, wie es schien, nach dem ruhigeren Urteil ihres Freundes, des Zwerges gerichtet. Auf seinen Rat war bei dieser Gelegenheit der Kronleuchter entfernt worden. Das Herabfallen von Wachstropfen, das bei einem so warmen Wetter nicht zu verhindern war, sobald diese in die Mitte des Saales und damit unter den Kronleuchter kamen. Dafür waren an verschiedenen Stellen, wo sie nicht im Wege standen, Armleuchter aufgestellt. Und in die Hand jeder Karutide, die die Wand stützte, es waren ihrer wohl fünfzig oder sechzig, hatte man eine wohlriechende Fackel gesteckt. Auf den Rat Hopfroschs warteten die acht Urang-Utans mit ihrem Eintritt in den Saal geduldig bis Mitternacht, da dann die Zahl der Gäste am größten sein würde. Kaum aber hatte die Uhr zu schlagen aufgehört, da stürzten oder vielmehr purzelten sie alle zusammen hinein, denn durch ihre Ketten waren sie natürlich in ihrer Bewegung gehindert, sodass einer über den anderen stolperte. Das Entsetzen der Massengesellschaft war ungeheuer, was dem König großen Spaß machte. Wie man erwartet hatte, gab es nicht wenige Gäste, die die gefährlich aussehenden Geschöpfe wirklich für wilde Tiere irgendeiner Art, wenn nicht gar für Urang-Utans hielten. Viele Frauen fielen verschreckend Ohnmacht, und wenn der König nicht so vorsichtig gewesen wäre, alle Waffen aus dem Festsaal entfernen zu lassen, dann hätte der Spaß der Acht vielleicht ein blutiges Ende gefunden. So aber stürzte alles nach den Türen. Doch diese waren auf Befehl des Königs unmittelbar nach seinem Eintritt verschlossen, und die Schlüssel waren auf Rat des Zwerges diesem anvertraut worden. Inzwischen stieg nun der Aufruhr aufs Höchste, und jeder aus der Massengesellschaft dachte nur an seine eigene Sicherheit, weil ja bei dem starken Drängen der kopflos gewordenen Menge viel wirkliche Gefahr vorlag. Daher bemerkte niemand, dass die Kette, an der der Kronleuchter sonst gehang und die man jetzt nach oben gezogen hatte, sich ganz langsam wieder herabzusenken begann, bis der große Haken an ihrem Ende nur noch drei Fuß über dem Fußboden schwebte. Kurz danach befanden sich der König und seine sieben Freunde, die inzwischen immerzu nach allen Richtungen durch den Saal getaumelt waren, gerade in der Mitte des Saales und damit gerade unter der Kette. Diese Gelegenheit benutzte der Zwerg, der ihnen dicht auf dem Fuße gefolgt war und sie fortwährend zum Umherlaufen angereizt hatte. Er fasste ihre eigene Kette dort, wo sie kreuzweise übereinander hing, und legte sie blitzschnell in den Haken, an dem sonst der Kronleuchter gehangen hatte. Im selben Augenblick wurde auch schon die Kronleuchterkette von unsichtbarer Hand so weit in die Höhe gezogen, dass man den Haken nicht mehr fassen konnte. Die Orang-Utans gerieten so dicht aneinander und standen Gesicht neben Gesicht gerade in der Mitte. Inzwischen hatte sich die Maskengesellschaft in gewissem Maße von ihrem Schrecken erholt. Sie begann nun, die ganze Sache als einen wohl vorbereiteten Scherz zu betrachten, und brach über die komische Lage, in der sich die Affen befanden, in ein lautes Gelächter aus. »Überlasst sie mir!« schrie jetzt Hopfrosch, und seine schrimme Stimme übertönte allen Lärm. »Überlasst sie mir!« »Ich glaube, ich kenne sie. Ich brauche sie nur einmal näher zu betrachten und kann alsbald sagen, wer sie sind.« Hiermit schwang er sich über die Köpfe der Menge, bis er an die Wand geriet, riss dort aus der Hand einer Karöatide die Fackel und gelangte auf dieselbe Art wieder in die Mitte des Saales. Dann aber sprang er mit der Gelenkigkeit eines Affen auf den Kopf des Königs und kletterte von da ein paar Fuß hoch die Kette hinauf, wobei er die Fackel hinabhielt, wie um die Orang-Utan-Gruppe genauer zu betrachten, und noch immer schrie, »Ich werde es bald heraushaben, wer sie sind.« Plötzlich, während die ganze Gesellschaft, die Affen mit eingeschlossen, immer krampfhafter lachten, stieß der Spaßmacher einen schrillen Pfiff aus, und im gleichen Augenblick flog die Kette mit einem Ruck ungefähr dreißig Fuß nach oben. Dabei wurden die entsetzten und zappelnden Orang-Utans mitgerissen, sodass sie jetzt zwischen dem Deckenfenster und dem Fußboden in der Luft schwebten. Hopfrosch, der die Kette nicht losgelassen hatte, schwebte noch immer in gleichem Abstand über den acht Verkleideten und fuhr fort, als sei nichts geschehen, seine Fackel nach ihnen hinabzustrecken, als wollte er auch jetzt noch herausfinden, wer sie wären. Die Festgesellschaft war über das plötzliche Emporschweben so grenzenlos erstaunt, dass eine Minute lang ein tiefes Schweigen folgte. Dieses wurde durch denselben leisen, aber scharfen und knirschenden Ton unterbrochen, der vorher dem König inmitten seiner Minister so aufgefallen war, als er Tripetter den Wein ins Gesicht gegossen hatte. Aber diesmal war es nicht zweifelhaft, woher dieser Ton stammte. Er kam von dem Raubtäger bis des Zwerges, der mit den Zähnen knaschte und mit schäumendem Mund und von wahnsinniger Wut in stellten Zügen in die aufwärtsgerichteten Gesichter des Königs und seiner sieben Genossen starrte. »Aha«, rief endlich der rasende Hof nach, »Aha, jetzt sehe ich endlich, wer diese Leute sind.« Und wie, wenn er jetzt den König noch genauer betrachten wollte, hielt er die Fackel an die Flachsschicht, die ihn ringsum gab und die sich sofort in eine helllodernde Flamme verwandelte. In weniger als einer halben Minute bildeten die acht Orang-Utans ein einziges Feuer mehr, während die Menge, die sie von unten betrachtete, entsetzt aufschrie, aber nicht imstande war, ihnen auch nur die geringste Hilfe zu leisten. Als die Flamme, deren Glut sich plötzlich verstärkte, den Hofnarren zwang, an der Kette höher hinaufzuklettern, fiel die Menge von neuem in kurzes Schweigen. Diese Gelegenheit benutzte der Zwerg, um noch einmal zu sprechen. »Ich sehe jetzt deutlich«, sagte er, »welcher Art diese Maskierten sind. Es sind ein großer König und seine sieben geheimen Räte. Ein König, der sich nicht schämte, ein schutzloses Mädchen zu schlagen, und sieben Räte, die ihm dabei zujubelten. »Ich aber bin nur Hopsrosch, ein gewöhnlicher Hofnar, und dies ist mein letzter Spaß.« Der Zwerg hatte kaum diese Worte gesprochen, als auch schon infolge der leichten Entzündbarkeit sowohl des Flachses wie des Teers das Werk seiner Rache vollendet war. Die acht Leichen hingen in ihren Ketten, eine schwärzliche, qualmende, widerliche und formlose Masse. Der Krüppel schleuderte seine Fackel auf sie hinab, kletterte Gewand zur Decke empor und verschwand durch das Lichtfenster. Wahrscheinlich hatte sich Tripetta inzwischen auf dem Dach des Festsaales aufgehalten und ihrem Freund bei seiner furchtbaren Rache geholfen. Die beiden mögen wohl zusammen in ihre Heimat entkommen sein, denn man hat nie wieder von ihnen gehört. Die Geschichte von der abgehauenen Hand Ich bin in Konstantinopel geboren. Mein Vater war ein Dolmetscher bei der Pforte und trieb nebenbei einen ziemlich einträglichen Handel mit wohlriechenden Essenzen und seidenen Stoffen. Er gab mir eine gute Erziehung, indem er mich teils selbst unterrichtete, teils von einem unserer Priester mir Unterricht geben ließ. Er bestimmte mich anfangs, seinen Laden einmal zu übernehmen, als ich aber größere Fähigkeiten zeigte, als er erwartet hatte, bestimmte er mich auf das Anraten seiner Freunde zum Arzt. Weil ein Arzt, wenn er etwas mehr gelernt hat als die gewöhnlichen Marktschreie, in Konstantinopel sein Glück machen kann. Es kamen viele Franken in unser Haus, und einer davon überredete meinen Vater, mich in sein Vaterland nach der Stadt Paris reisen zu lassen, wo man solche Sachen unentgeltlich und am besten lernen könne. Er selbst aber wolle mich, wenn er zurückreise, umsonst mitnehmen. Mein Vater, der in seiner Jugend auch gereist war, schlug ein, und der Franke sagte mir, ich könne mich in drei Monaten bereithalten. Ich war außer mir vor Freude, fremde Länder zu sehen. Der Franke hatte endlich seine Geschäfte abgemacht und sich zur Reise bereitet. Am Vorabend der Reise führte mich mein Vater in sein Schlafkämmerlein. Dort sah ich schöne Kleider und Waffen auf dem Tisch liegen. Was meine Blicke aber noch mehr anzog, war ein großer Haufen Goldes, denn ich hatte noch nie so viel beieinander gesehen. Mein Vater umarmte mich und sagte, siehe, mein Sohn, ich habe dir Kleider zu der Reise besorgt. Jene Waffen sind dein, es sind die Nämlichen, die mir dein Großvater umhängen, als ich in die Fremde auszog. Ich weiß, du kannst sie fuhren. Gebrauche sie aber nie, als wenn du angegriffen wirst. Dann aber schlage auch tüchtig drauf. Mein Vermögen ist nicht groß. Siehe, ich habe es in drei Teile geteilt. Eine davon ist dein. Eine davon ist mein Unterhalt und Notpfennig. Der Dritte aber sei mir ein heiliges, unantastbares Gut. Er diene dir in der Stunde der Not. So sprach mein alter Vater, und Tränen hingen ihm im Auge, vielleicht aus Ahnung, denn ich habe ihn nie wieder gesehen. Die Reise ging gut vonstatten. Wir waren bald im Lande der Franken angelangt, und sechs Tagreisen nachher kamen wir in die große Stadt Paris. Hier mietete mir mein fränkischer Freund ein Zimmer und riet mir mein Geld, das in allem zweitausend Tale betrug, vorsichtig anzuwenden. Ich lebte drei Jahre in dieser Stadt und lernte, was ein tüchtiger Arzt wissen muss. Ich müsste aber lügen, wenn ich sagte, dass ich gerne dort gewesen sei, denn die Sitten dieses Volkes gefielen mir nicht. Auch hatte ich nur wenige gute Freunde dort, diese aber waren edle junge Männer. Die Sehnsucht nach der Heimat wurde endlich mächtig in mir. In der ganzen Zeit hatte ich nichts von meinem Vater gehört, und ich ergriff daher eine günstige Gelegenheit, nach Hause zu kommen. Es ging nämlich eine Gesandtschaft aus Frankenland nach der Hohen Pforte. Ich verdingte mich als Wundarzt in das Gefolge des Gesandten und kam glücklich wieder nach Stambul. Das Haus meines Vaters aber fand ich verschlossen, und die Nachbarn staunten, als sie mich sahen, und sagten mir, mein Vater sei vor zwei Monaten gestorben. Jener Priester, der mich in meiner Jugend unterrichtet hatte, brachte nur den Schlüssel. Allein und verlassen zog ich in das verödete Haus ein. Ich fand noch alles, wie es mein Vater verlassen hatte, nur das Gold, das er mir zu hinterlassen versprach, fehlte. Ich fragte den Priester darüber, und dieser verneigte sich und sprach, »Euer Vater ist als heiliger Mann gestorben, denn er hat sein Gold der Kirche vermacht.« Dies war und blieb mir unbegreiflich. Doch was wollte ich machen? Ich hatte keine Zeugen gegen den Priester und musste froh sein, dass er nicht auch das Haus und die Waren meines Vaters als Vermächtnis angesehen hatte. Dies war das erste Unglück, das mich traf. Von jetzt an aber kam es Schlag auf Schlag. Mein Ruf als Arzt wollte sich gar nicht ausbreiten, weil ich mich schämte, den Marktreier zu machen, und überall fehlte mir die Empfehlung meines Vaters, der mich bei den Reichsten und Vornehmsten eingeführt hätte, die jetzt nicht mehr an den armen Zaloikos dachten. Auch die Waren meines Vaters fanden keinen Abgang, denn die Kunden hatten sich nach seinem Tode verlaufen, und neue bekommt man nur langsam. Als ich einst trostlos über meine Lage nachdachte, fiel mir ein, dass ich oft den Franken Männer meines Volkes gesehen hatte, die das Land durchzogen und ihre Waren auf den Märkten der Stadt auslegten. Ich erinnerte mich, dass man ihnen gerne abkaufte, weil sie aus der Fremde kam, und dass man bei solchem Handel das Hundertfache erwerben könne. Sogleich war auch mein Entschluss gefasst. Ich verkaufte mein väterliches Haus, gab einen Teil des gelösten Geldes einem bewährten Freunde zum Aufbewahren, von dem übrigen aber kaufte ich, was man in Franken selten hat, wie Schals, seidene Zeuge, Salben und Öle, mietete einen Platz auf einem Schiff und trat so meine zweite Reise nach Franken an. Es schien, als ob das Glück, sobald ich die Schlösser der Dardanellen im Rücken hatte, mir wieder günstig geworden wäre. Unsere Fahrt war kurz und glücklich. Ich durchzog die großen und kleinen Städte der Franken und fand überall willige Käufe meiner Waren. Mein Freund in Stambul sandte mir immer wieder frische Vorräte, und ich wurde von Tag zu Tag wohlhabender. Als ich endlich so viel erspart hatte, dass ich glaubte, ein größeres Unternehmen wagen zu können, zog ich mit meinen Waren nach Italien. Etwas muss ich aber noch gestehen, was mir auch nicht wenig Geld einbrachte. Ich nahm auch meine Arzneikunst zu Hilfe. Wenn ich in eine Stadt kam, ließ ich durch Zettel verkünden, dass ich ein griechischer Arzt sei. Ein Arzt, der schon viele geheilt habe, und wahrlich, mein Balsam und meine Arzneien brachten mir manche Zechine ein. So war ich endlich nach der Stadt Florenz in Italien gekommen. Ich nahm mir vor, längere Zeit in dieser Stadt zu bleiben, teils weil sie mir so wohl gefiel, teils auch, weil ich mich von den Strapazen meines Umherziehens erholen wollte. Ich mietete mir ein Gewölbe in dem Stadtviertel St. Croce und nicht weit davon ein paar schöne Zimmer, die auf einen Altern führten, in einem Wirtshaus. Sogleich ließ ich auch meine Zettel umhertragen, die mich als Arzt und Kaufmann ankündigten. Ich hatte kaum mein Gewölbe eröffnet, so strömten auch die Käufer herzu, und obgleich ich ein wenig hohe Preise hatte, so verkaufte ich doch mehr als andere, weil ich gefällig und freundlich gegen meine Kunden war. Ich hatte schon vier Tage Vergnügt in Florenz verlebt, als ich eines Abends, da ich schon mein Gewölbe schließen und nur die Vorräte in meinen Salbenbüchsen nach meiner Gewohnheit noch einmal mustern wollte, in einer kleinen Büchse einen Zettel fand, den ich mich nicht erinnerte, hineingetan zu haben. Ich öffnete den Zettel und fand darin eine Einladung, diese Nacht, Punkt zwölf Uhr auf der Brücke, die man Ponte Vecchio heißt, mich einzufinden. Ich sann lange darüber nach, wie es wohl sein könnte, der mich dorthin einlud, da ich aber keine Seele in Florenz kannte, dachte ich, man werde mich vielleicht heimlich zu irgendeinem Kranken führen wollen, was schon öfter geschehen war. Ich beschloss also hinzugehen, doch hing ich zur Vorsicht den Säbel um, den mir einst mein Vater geschenkt hatte. Als es stark gegen Mitternacht ging, machte ich mich auf den Weg und kam bald auf die Ponte Vecchio. Ich fand die Brücke verlassen und öde und beschloss zu warten, bis er erscheinen würde, der mich rief. Es war eine kalte Nacht. Der Mond schien hell, und ich schaute hinab in die Wellen des Arno, die weithin im Mondlicht schimmerten. Auf den Kirchen der Stadt schlug es jetzt zwölf Uhr. Ich richtete mich auf, und vor mir stand ein großer Mann, ganz in einen roten Mantel gehüllt, dessen einen Zipfel er vor das Gesicht hielt. Ich war von Anfang an etwas erschrocken, weil er so plötzlich hinter mir stand, fasste mich aber sogleich wieder und sprach, »Wenn ihr mich habt hierher bestellt, so sagt an, was steht zu eurem Befehl?« Der Rotmantel wandte sich um und sagte langsam, »Folge!« Da war's mir doch etwas unheimlich zumute, mit diesem Unbekannten allein zu gehen. Ich blieb stehen und sprach, »Nicht also, lieber Herr, wollet mir vorerst sagen, wohin. Auch könntet ihr mir euer Gesicht ein wenig zeigen, dass ich sehe, ob ihr Gutes mit mir vorhabt.« Der Roter aber schien sich nicht darum zu kümmern. »Wenn du nicht willst, Zaloukos, so bleibe«, antwortete er und ging weiter. Da entbrannte mein Zorn, »Meinet ihr«, rief ich aus, »ein Mann wie ich lasse sich von jedem Narren foppen, und ich werde in dieser kalten Nacht umsonst gewartet haben?« In drei Sprüngen hatte ich ihn erreicht, packte ihn an seinem Mantel und schrie noch lauter, indem ich die andere Hand an ihn sehr belegte. Aber der Mantel blieb mir in der Hand, und der Unbekannte war um die nächste Ecke verschwunden. Mein Zorn legte sich nach und nach. Ich hatte doch den Mantel, und dieser sollte mir schon den Schlüssel zu diesem wunderlichen Abenteuer geben. Ich hing ihn um und ging meinen Weg weiter nach Hause. Als ich kaum noch hundert Schritte davon entfernt war, streifte jemand dicht an mir vorüber und flüsterte in fränkischer Sprache, »Nehmt euch in Acht, Graf! Heute Nacht ist nichts zu machen!« Ehe ich mich aber umsehen konnte, war dieser Jemand schon vorbei, und ich sah nur noch einen Schatten an den Häusern hinschweben. Dass dieser Zuruf den Mantel und nicht mich an ging, sah ich ein. Doch gab er mir kein Licht über die Sache. Am anderen Morgen überlegte ich, was zu tun sei. Ich war von Anfang gesonnen, den Mantel ausrufen zu lassen, als hätte ich ihn gefunden. Doch da konnte der Unbekannte ihn durch einen Dritten holen lassen, und ich hätte dann keinen Aufschluss über die Sache gehabt. Ich besah, indem ich so nachdachte, den Mantel näher. Er war von schwerem, genuesischem Samt, purpurrot, mit astrachianischem Pelz verbrämt und reich mit Gold bestickt. Der prachtvolle Anblick des Mantels brachte mich auf einen Gedanken, den ich auszuführen beschloss. Ich trug ihn in mein Gewölbe und legte ihn zum Verkauf aus, setzte aber auf ihn einen so hohen Preis, dass ich gewiss war, keinen Käufer zu finden. Mein Zweck dabei war, jeden, der nach dem Pelz fragen würde, scharf ins Auge zu fassen. Denn die Gestalt des Unbekannten, die sich mir nach Verlust des Mantels, wenn auch nur flüchtig, doch bestimmt zeigte, wollte ich aus Tausenden erkennen. Es fanden sich viele Kauflustige zu dem Mantel, dessen außerordentliche Schönheit alle Augen auf sich zog. Aber keiner glich entfernt dem Unbekannten, keiner wollte den hohen Preis von zweihundert Zechinen dafür bezahlen. Auffallend war mir dabei, dass, wenn ich einen oder den anderen fragte, ob denn sonst kein solcher Mantel in Florenz sei, alle mit »Nein« antworteten und versicherten, eine so kostbare und geschmackvolle Arbeit nie gesehen zu haben. Es wollte schon Abend werden. Da kam endlich ein junger Mann, der schon oft bei mir gewesen war und auch heute viel auf den Mantel geboten hatte, warf einen Beutel mit Zechinen auf den Tisch und rief, »Bei Gott, Zaloikos, ich muss da einen Mantel haben und sollte ich zum Bettler darüber werden.« Zugleich begann er, seine Goldstücke aufzuzählen. Ich kam in große Not, ich hatte den Mantel nur ausgehängt, um vielleicht die Blicke meines Unbekannten darauf zu ziehen, und jetzt kam ein junger Tor, um den ungeheuren Preis zu zahlen. Doch was blieb mir übrig? Ich gab nach, denn es tat mir auf der anderen Seite der Gedanke wohl, für mein nächtliches Abenteuer so schön entschädigt zu werden. Der Jüngling häng sich den Mantel um und ging. Er kehrte aber auf der Schwelle wieder um, indem er ein Papier, das am Mantel befestigt war, losmachte, mir zuwarf und sagte, »Hier, Zaloikos, hängt etwas, das wohl nicht zu dem Mantel gehört.« Gleichgültig nahm ich den Zettel, aber siehe da, dort stand geschrieben, »bringe heute Nacht um die bewusste Stunde den Mantel auf die Ponte Vecchio. Vierhundert Zechinen warten deine.« Ich stand wie niedergedonnert. So hatte ich also mein Glück selbst verscherzt und meinen Zweck gänzlich verfehlt. Doch ich besann mich nicht lange, raffte die zweihundert Zechinen zusammen, sprang dem, der den Mantel gekauft hatte, nach, und sprach, »nehmt eure Zechinen wieder, guter Freund, und lasst mir den Mantel, ich kann ihn unmöglich hergeben.« Dieser hielt die Sache von Anfang für Spaß, als er aber bemerkte, dass es ernst war, geriet er in Zorn über meine Forderung, »schalt mich ein Narren«, und so kam es endlich zu Schlägen. Doch ich war so glücklich, im Handgemenge ihm den Mantel zu entreißen, und wollte schon mit ihm davoneilen, als der junge Mann die Polizei zu Hilfe rief und mich mit sich vor Gericht zog. Der Richter war sehr erstaunt über die Anklage und sprach meinem Gegner den Mantel zu. Ich aber bot dem Jünglinge zwanzig, fünfzig, achtzig, ja hundertzig ihn über seine zweihundert, wenn er mir den Mantel ließe. Was meine Bitten nicht vermochten, bewirkte mein Gold. Er nahm meine guten Zechinen, ich aber zog mit dem Mantel triumphierend ab und musste mir gefallen lassen, dass man mich in ganz Florenz für einen Wahnsinnigen hielt. Doch die Meinung der Leute war mir gleichgültig, ich wusste es ja besser als sie, dass ich an dem Handel noch gewann. Mit Ungeduld erwartete ich die Nacht. Um dieselbe Zeit wie gestern ging ich den Mantel unter dem Arm auf die Ponte Vecchio. Mit dem letzten Glockenschlag kam die Gestalt aus der Nacht heraus auf mich zu. Es war unverkennbar, der Mann von gestern. »Hast du den Mantel?« wurde ich gefragt. »Ja, Herr«, antwortete ich, »aber es kostete mich ein paar Hundert Zechinen.« »Ich weiß«, entgegnete Jena. »Schau auf, hier sind vierhundert.« Er trat mit mir an das breite Geländer der Brücke und zählte die Goldstücke hin. Vierhundert waren es. Prächtig blitzten sie im Mondschein, ihr Glanze erfreute mein Herz. Ach, es ahnete nicht, dass es seine letzte Freude sein werde. Ich steckte mein Geld in die Tasche und wollte mir nun auch den gütigen Unbekannten recht betrachten, aber er hatte eine Larve vor dem Gesicht, aus der mich dunkle Augen furchtbar anblitzten. »Ich danke euch, Herr, für eure Güte«, sprach ich ihm zu, »was verlangt er jetzt von mir?« »Das sage ich euch aber vorher, dass es nichts Unrechtes sein darf.« »Unnötige Sorge«, »unnötige Sorge«, antwortete er, indem er den Mantel um die Schultern legte, »ich bedarf eurer Hilfe als Arzt, doch nicht für einen Lebenden, sondern für einen Toten.« »Wie kann das sein?« rief ich voll Verwunderung. »Ich kam mit meiner Schwester aus Fernlanden«, erzählte er, »und winkte mir zugleich, ihm zu folgen.« »Ich wohnte hier mit ihr bei einem Freund meines Hauses.« »Meine Schwester starb gestern schnell an einer Krankheit, und die Verwandten wollen sie morgen begraben.« »Nach einer alten Sitte unserer Familie aber sollen alle in der Gruft der Väter ruhen.« »Viele, die in fremden Landen starben, ruhen dennoch dort einbalsamiert.« »Meinen Verwandten gönne ich nun ihren Körper, meinem Vater aber muss ich wenigstens den Kopf seiner Tochter bringen, damit er sie noch einmal sehe.« Diese Sitte, die Köpfe geliebter Anverwandten abzuschneiden, kam mir zwar etwas schrecklich vor, doch wagte ich nichts dagegen einzuwenden, aus Furcht den Unbekannten zu beleidigen. Ich sagte ihm daher, dass ich mit dem Einbalsamieren der Toten wohl umgehen könne, und bat ihn, mich zu der Verstorbenen zu führen. Doch konnte ich mich nicht enthalten, zu fragen, warum denn dies alles so geheimnisvoll und in der Nacht geschehen müsse. Er antwortete mir, dass seine Anverwandten, die seine Absicht für grausam hielten, bei Tage ihn abhalten würden. Sah aber nun erst einmal der Kopf abgenommen, so könnten sie wenig mehr darüber sagen. Er hätte mir zwar den Kopf bringen können, aber ein natürliches Gefühl halte ihn ab, ihn selbst abzunehmen. Wir waren indes bis an ein großes, prachtvolles Haus gekommen. Mein Begleiter zeigte es mir als das Ziel unseres nächtlichen Spazierganges. Wir gingen an dem Haupttor des Hauses vorbei, traten in eine kleine Pforte, die der Unbekannte sorgfältig hinter sich zumachte, und stiegen nun im Finstern eine enge Windeltreppe hinan. Sie führte in einen spärlich erleuchteten Gang aus, welchen wir in ein Zimmer gelangten, das seine Lampe, die an der Decke befestigt war, erleuchtete. In diesem Gemach stand ein Bett, in welchem der Leichnam lag. Der Unbekannte wandte sein Gesicht ab und schien Tränen verbergen zu wollen. Er deutete nach dem Bett, befahl mir mein Geschäft gut und schnell zu verrichten und ging wieder zur Türe hinaus. Ich packte meine Messer, die ich als Arzt immer bei mir führte, aus und näherte mich dem Bett. Nur der Kopf war von der Leiche sichtbar, aber dieser war so schön, dass mich unwillkürlich das innigste Mitleiden ergriff. In langen Flechten hing das dunkle Haar herab, das Gesicht war bleich, die Augen geschlossen. Ich machte zuerst einen Einschnitt in die Haut, noch der Weise der Ärzte, wenn sie ein Glied abschneiden. So dann nahm ich mein schärfstes Messer und schnitt mit einem Zug die Kehle durch. Aber welcher Schrecken! Die Tote schlug die Augen auf, schloss sie aber gleich wieder, und in einem tiefen Seufzer schien sie jetzt erst ihr Leben auszuhauchen. Zugleich schoss mir ein Strahl heißen Blutes aus der Wunde entgegen. Ich überzeugte mich, dass ich erst die Arme getötet hatte, denn, dass sie tot sei, war kein Zweifel, da es von dieser Wunde keine Rettung gab. Ich stand einige Minuten in banger Beklommenheit über das, was geschehen war. Hatte der Rotmantel mich betrogen, oder war die Schwester vielleicht nur scheintot gewesen? Das Letztere schien mir wahrscheinlicher, aber ich durfte dem Bruder der Verstorbenen nicht sagen, dass vielleicht ein weniger rascher Schnitt sie erweckt hätte, ohne sie zu töten. Darum wollte ich den Kopf vollends ablösen. Aber noch einmal stöhnte die Sterbende, streckte sich in schmerzhafter Bewegung aus und starb. Da übermannte mich der Schrecken, und ich stürzte schaudernd aus dem Gemach, aber draußen im Gang war es finster, denn die Lampe war verlöscht. Keine Spur war von meinem Begleiter zu entdecken, und ich musste aufs Ungefähr mich im Finstern an der Wand fortbewegen, um an die Wendeltreppe zu gelangen. Ich fand sie endlich und kam halbfallend, halbgleitend hinab, auch unten war kein Mensch. Die Türe fand ich nur angelehnt, und ich atmete freier, als ich auf der Straße war, denn in dem Hause war mir ganz unheimlich geworden. Von Schreckengespornt rannte ich in meine Wohnung und begrub mich in die Polster meines Lagers, um das Schreckliche zu vergessen, was ich getan hatte. Aber der Schlaf floh mir, und erst der Morgen ermahnte mich wieder, mich zu fassen. Es war mir wahrscheinlich, dass der Mann, der mich zu dieser verruchten Tat, wie sie mir jetzt erschienen, verführt hatte, mich nicht angeben würde. Ich entschloss mich gleich, in mein Gewölbe an mein Geschäft zu gehen und womöglich eine sorglose Miene anzunehmen, aber ach, ein neuer Umstand, den ich jetzt erst bemerkte, vermehrte noch meinen Kummer. Meine Mütze und mein Gürtel, wie auch meine Messer, fehlten mir, und ich war ungewiss, ob ich sie in dem Zimmer der Getöteten gelassen oder erst auf meiner Flucht verloren hatte. Leider schien das Erste wahrscheinlicher, und man könnte mich also als Mörder entdecken. Ich öffnete zur gewöhnlichen Zeit mein Gewölbe. Mein Nachbar trat zu mir her, wie er alle Morgen zu tun pflegte, denn er war ein gesprächiger Mann. »Ei, was sagt ihr zu der schrecklichen Geschichte,« hup er an, »die heute Nacht vorgefallen ist?« »Ich tat, als ob ich nichts wüsste.« »Wie solltet ihr nicht wissen, von was die ganze Stadt erfüllt ist? Nicht wissen, dass die schönste Blume von Florenz, Bianca, die Tochter des Gouverneurs, in dieser Nacht ermordet wurde? Ach, ich sah sie gestern noch so heiter durch die Straßen fahren mit ihrem Bräutigam, denn heute hätten sie auch Zeit gehabt.« Jedes Wort des Nachbarn war mir ein Stich ins Herz, und wie oft kehrte meine Martha wieder, denn jeder meiner Kunden erzählte mir die Geschichte, immer einer schrecklicher als der andere, und doch konnte keiner so Schreckliches sagen, was ich selbst gesehen hatte. Um Mittag ungefähr traf ein Mann vom Gericht in mein Gewölbe und bat mich, die Leute zu entfernen. »Signore Zaloikos«, sprach er, indem er die Sachen, die ich vermisste, hervorzog, »gehören diese Sachen euch zu?« Ich besann mich, ob ich sie nicht gänzlich ableugnen sollte, aber als ich durch die halb geöffnete Tür meinen Wirt und mehrere Bekannte, die wohl gegen mich zeugen konnten, erblickte, beschloss ich, die Sachen nicht noch durch eine Lüge zu verschlimmern, und bekannte mich zu den vorgezeigten Dingen. Der Gerichtsmann bat mich, ihm zu folgen, und führte mich in ein großes Gebäude, das ich bald für das Gefängnis erkannte. Dort wies er mir bis auf weiteres sein Gemach an. Meine Lage war schrecklich, als ich so in der Einsamkeit darüber nachdachte. Der Gedanke, gemordet zu haben, wenn auch ohne Willen, kehrte immer wieder. Auch konnte ich mir nicht verhehlen, dass der Glanz des Goldes meine Sinne befangen gehalten hatte, sonst hätte ich nicht so blind links in die Falle gehen können. Zwei Stunden nach meiner Verhaftung wurde ich aus meinem Gemach geführt. Mehrere Treppen ging es hinab, dann kam man in einen großen Saal. Um einen langen, schwarzbehängten Tisch saßen dort zwölf Männer, meistens Greise. An den Seiten des Saales zogen sich Bänke herab, angefüllt mit den vornehmsten von Florenz. An den Galerien, die in der Höhe angebracht waren, standen dicht gedrängt die Zuschauer. Als ich bis vor den schwarzen Tisch getreten war, erhob sich ein Mann mit finsterer, trauriger Miene. Es war der Gouverneur. Er sprach zu den Versammelten, dass er als Vater in dieser Sache nicht richten könne, und dass er seine Stelle für diesmal an den Ältesten der Senatoren abtrete. Der Älteste der Senatoren war ein Greis von wenigstens neunzig Jahren. Er stand gebürgt, und seine Schläfen waren mit dünnem, weißem Haar umhängt. Aber feurig brannten noch seine Augen, und seine Stimme war stark und sicher. Er hub an, mich zu fragen, ob ich den Mord gestehe. Ich bat ihn um Gehör und erzählte unerschrocken und mit vernehmlicher Stimme, was ich getan hatte und was ich wusste. Ich bemerkte, dass der Gouverneur während meiner Erzählung bald blass, bald rot wurde, und als ich geschlossen fuhr, wütend auf, »Wie Elende«, rief er mir zu, »So willst du ein Verbrechen, dass du aus Habgier begangen noch einem anderen aufbürden!« Der Senator verwies ihm seine Unterbrechung, da er sich freiwillig seines Rechtes begeben habe. Auch sei es gar nicht so erwiesen, dass sich er aus Habgier gefrevelt, denn nach seiner eigenen Aussage sei er der Getöteten nichts gestohlen worden. Ja, er ging noch weiter, erklärte dem Gouverneur, dass er über das frühere Leben seiner Tochter Rechenschaft geben müsse. Denn nur so könne man schließen, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Zugleich hob er für heute das Gericht auf, um mich, wie er sagte, aus den Papieren der Verstorbenen, die ihm der Gouverneur übergeben hatte, Rat zu holen. Ich wurde wieder in mein Gefängnis zurückgeführt, wo ich einen schaurigen Tag verlebte, immer mit dem heißen Wunsch beschäftigt, dass man doch irgendeine Verbindung zwischen der Toten und dem Rotmantel entdecken möchte. Voll Hoffnung trat ich den anderen Tag in den Gerichtssaal. Es lagen mehrere Briefe auf dem Tisch. Der alte Senator fragte mich, ob sie meine Handschrift seien. Ich sah sie an und fand, dass sie von derselben Hand sein müssten wie jene beiden Zettel, die ich erhalten. Ich äußerte dies den Senatoren, aber man schien nicht darauf zu achten und antwortete, dass ich beides geschrieben haben könne und müsse. Denn der Namenszug unter den Briefen sei unverkennbar ein Zett, der Anfangsbuchstabe meines Namens. Die Briefe aber enthielten Drohungen an die Verstorbene und Warnungen vor der Hochzeit, die sie zu vollziehen im Begriff war. Der Gouverneur schien sonderbare Aufschlüsse in Hinsicht auf meine Person gegeben zu haben, denn man behandelte mich an diesem Tage misstrauischer und strenger. Ich berief mich zu meiner Rechtfertigung auf meine Papiere, die sich in meinem Zimmer finden müssten. Aber man sagte mir, man habe nachgesucht und nichts gefunden. So schwand mir am Schluss dieses Gerichts alle Hoffnung, und als ich am dritten Tag wieder in den Saal geführt wurde, las man mir das Urteil vor, dass ich eines vorsätzlichen Mordes überwiesen zum Tode verurteilt sei. Dahin also war es mit mir gekommen, verlassen von allem, was mir auf der Erde noch teuer war, fern von meiner Heimat sollte ich unschuldig in der Blüte meiner Jahre vom Beile sterben. Ich saß am Abend dieses schrecklichen Tages, der über mein Schicksal entschieden hatte, in meinem einsamen Kerker. Meine Hoffnungen waren dahin, meine Gedanken ernsthaft auf den Tod gerichtet. Da tat sich die Türe meines Gefängnisses auf, und ein Mann trat herein, der mich lange schweigend betrachtete. »So finde ich dich wieder, Zalaikos«, sagte er. Ich hatte ihn bei dem matten Schein meiner Lampe nicht erkannt, aber der Klang seiner Stimme erweckte alte Erinnerungen in mir. Es war Valetti, einer jener wenigen Freunde, die ich in der Stadt Paris während meiner Studien kannte. Er sagte, dass er zufällig nach Florenz gekommen sei, wo sein Vater als angesehener Mann wohne. Er habe von meiner Geschichte gehört und sei gekommen, um mich noch einmal zu sehen und von mir selbst zu erfahren, wie ich mich so schwer habe verschulden können. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Er schien darüber sehr verwundert und beschwor mich ihm, meinem einzigen Freunde, alles zu sagen, um nicht mit einer Lüge von Hennen zu gehen. Ich schwor ihm mit dem teuersten Eid, dass ich wahrgesprochen und dass keine andere Schuld mich drücke, als dass ich, von dem Glanze des Goldes geblendet, das Unwahrscheinliche der Erzählung des Unbekannten nicht erkannt habe. »So hast du Bianca nicht gekannt«, fragte Jena. Ich beteuerte ihm, sie nie gesehen zu haben. Valetti erzählte mir nun, dass ein tiefes Geheimnis auf der Tat liege, dass der Gouverneur meine Verurteilung sehr hastig betrieben habe, und es sei nun ein Gerücht unter die Leute gekommen, dass ich Bianca schon längst gekannt und aus Rache über ihre Heirat mit einem anderen sie ermordet habe. Ich bemerkte ihm, dass dies alles ganz auf den Rotmantel passe, dass ich aber seine Teilnahme an der Tat mit nichts beweisen könne. Valetti umarmte mich weinend und versprach mir, alles zu tun, um wenigstens mein Leben zu retten. Ich hatte wenig Hoffnung. Doch wusste ich, dass Valetti ein weiser und der Gesetze kundiger Mann sei und dass er alles tun werde, mich zu retten. Zwei lange Tage war ich in Ungewissheit. Endlich erschien auch Valetti. Ich bringe Trost, wenn auch einen schmerzlichen, du wirst leben und frei sein, aber mit Verlust deiner Hand. Gerührt dankte ich meinem Freunde für mein Leben. Er sagte mir, dass der Gouverneur unerbittlich gewesen sei, die Sache noch einmal untersuchen zu lassen. Dass er aber endlich, um nicht ungerecht zu erscheinen, bewilligt habe, wenn man in den Büchern der florentinischen Geschichte einen ähnlichen Fall finde, so solle meine Strafe sich nach der Strafe, die dort ausgesprochen sei, richten. Er und sein Vater haben nun Tag und Nacht in den alten Büchern gelesen und endlich einen ganz dem meinigen ähnlichen Fall gefunden. Dort lautete die Strafe, es soll ihm die linke Hand abgehauen, seine Güter eingezogen, er selbst auf ewig verbannt werden. So lautete jetzt auch meine Strafe, und ich solle mich jetzt bereiten zu der schmerzhaften Stunde, die meiner ward. Ich will euch nicht diese schreckliche Stunde vor das Auge führen, wo ich auf offenem Markte meine Hand auf den Block legte, wo mein eigenes Blut in weitem Bogen mich überströmte. Valetti nahm mich in sein Haus auf, bis ich genesen war. Dann versah er mich edelmütig mit Reisegelten, alles, was ich mir so mühsam erworben, war eine Beute des Gerichts geworden. Ich reiste von Florenz nach Sizilien und von da mit dem ersten Schiff, das ich fand, nach Konstantinopel. Meine Hoffnung war auf die Summe gerichtet, die ich meinem Freund übergeben hatte. Auch bat ich ihn, bei ihm wohnen zu dürfen. Aber wie erstaunte ich, als dieser mich fragte, warum ich denn nicht mein Haus beziehe. Er sagte mir, dass ein fremder Mann unter meinem Namen ein Haus in dem Quartier der Griechen gekauft habe. Derselbe habe auch den Nachbarn gesagt, dass ich bald selbst kommen werde. Ich ging sogleich mit meinem Freunde dahin und wurde von allen meinen Bekannten freudig empfangen. Ein alter Kaufmann gab mir einen Brief, den der Mann, der für mich gekauft hatte, hier gelassen habe. Ich las, »Zerleukos, zwei Hände stehen bereit, rastlos zu schaffen, dass du nicht fühlest den Verlust der einen. Das Haus, das du siehst, und alles, was darin ist, ist dein, und alle Jahre wird man dir so viel reichen, dass du zu den Reichen deines Volkes gehören wirst. Mögest du dem vergeben, der unglücklicher ist als du.« Ich konnte ahnen, wer es geschrieben, und der Kaufmann sagte mir auf meine Frage, es sei ein Mann gewesen, den er für einen Franken gehalten, er habe einen roten Mantel angehabt. Ich wusste genug, um mir zu gestehen, dass der Unbekannte doch nicht ganz von aller edlen Sinnung entblößt sein müsse. In meinem Haus fand ich alles aufs Beste eingerichtet, auch ein Gewölbe mit Waren, schöner, als ich sie je gehabt. Zehn Jahre sind seitdem verstrichen. Mehr aus alter Gewohnheit, als weil ich es nötig habe, setze ich meine Handelsreisen fort. Doch habe ich jenes Land, wo ich so unglücklich wurde, nie mehr gesehen. Jedes Jahr erhielt ich seitdem tausend Goldstücke, aber, wenn es mir auch Freude macht, jenen unglücklichen Edel zu wissen, so kann er mir doch den Kummer meiner Seele nicht abkaufen. Denn ewig lebt in mir das grauenvolle Bild der mordeten Bianca. Eine Geschichte aus dem Felsengebirge Es war im Herbst des Jahres 1827, als ich mich in der Nähe von Charlottesville in Virginien aufhielt und dort zufällig die Bekanntschaft eines Mr. Augustus Bedlow machte. Der junge Mann war in jeder Beziehung merkwürdig und erregte aufs Tiefste mein Interesse und meine Neugier. Sowohl sein physisches wie sein seelisches Wesen erschien mir vollständig rätselhaft. Auch über seine Familie war nichts Bestimmtes zu erfahren, und woher er stammte, habe ich nie herausgebracht. Selbst an seinem Alter, ich habe ihn zwar hier einen jungen Mann genannt, gab es etwas, was mich nicht in geringem Maße unsicher machte. Gewiss schien er jung zu sein und betonte oftmals seine Jugend, aber es gab Augenblicke, in denen ich ihn ohne Zaudern für einen Hundertjährigen gehalten hätte. Das Eigentümlichste an ihm aber war seine äußere Gestalt. Er war ungewöhnlich groß und schlank, ging sehr vornüber geneigt und hatte außerordentlich lange und magere Gliedmaßen. Seine Stirn war breit und niedrig, sein Gesicht völlig blutleer. Er hatte einen großen, beweglichen Mund und so unregelmäßige, wenn auch kerngesunde Zähne, wie ich sie nie an einem Menschengebiss gesehen habe. Trotzdem aber waren seine Züge, wenn er lächelte, durchaus nicht unangenehm, wie man erwartet hätte. Aber sie zeigten nie eine Abwechslung. Immer lag eine tiefe Melancholie, eine unveränderliche, unzerstörbare Schwermutterin. Seine unnatürlich großen und runden Augen glichen denen einer Katze, und auch seine Pupillen reagierten auf jede Verstärkung oder Verminderung des Lichtes genau wie bei den katzenartigen Tieren durch Zusammenziehen oder Ausdehnung. In Augenblicken der Erregung wurden die Augäpfel in fast unbegreiflichem Maße glänzend. Sie schienen dann leuchtende Strahlen auszusenden, und zwar war es kein zurückgeworfenes, sondern ein Eigenlicht, wie es eine Kerze oder die Sonne hat. Unter gewöhnlichen Umständen aber waren sie völlig trüb und verschleiert und sahen so stumpf aus, dass sie an die Augen eines längst begrabenen Leichnams erinnerten. Diese persönlichen Eigentümlichkeiten schienen ihm viel Verdruss zu bereiten, und er pflegte immer wieder, halb erklärend, halb entschuldigend, darauf anzuspielen, was mich, als ich es zum ersten Mal hörte, sehr peinlich berührte. Ich gewöhnte mich aber bald daran, und es störte mich schließlich nicht mehr. Seine Absicht war offenbar, wenn er das auch nicht direkt aussprach, durch seine Worte den Anschein zu erwecken, er habe nicht immer so ausgesehen, sondern erst infolge häufiger nervöser Anfälle seine frühere, ungewöhnliche Schönheit verloren. Seit vielen Jahren befand er sich in der Pflege eines Arztes namens Templeton, eines alten Herrn von vielleicht siebzig Jahren, den er zuerst in Saratoga kennengelernt hatte. Seine Behandlung hatte ihm sehr geholfen, wenigstens glaubte er das, und da Bedlow wohlhabend war, so hatte er mit Dr. Templeton abgemacht, dass dieser gegen eine sehr reichliche jährliche Entschädigung seine ganze Zeit und ärztliche Erfahrung ausschließlich der Pflege des Kranken widmete. Dr. Templeton war in seiner Jugend viel in der Welt herumgekommen und in Paris ein begeisterter Anhänger der Lehre Mesmers geworden. Durch magnetische Behandlung gelang es ihm, die heftigen Schmerzen seines Patienten zu mildern und ihm durch diesen Erfolg ein großes Vertrauen geradezu dieser Heilweise einzuflößen. Der Doktor bemühte sich natürlich, wie alle Enthusiasten, seinen Schüler zu einem ebenso fanatischen Anhänger zu bekehren, und brachte es auch so weit, dass der Kranke sich allen möglichen Experimenten unterwarf. Ihre häufige Wiederholung führte zu einem Resultat, das zwar heute zu häufig geworden ist, um besonderes Aufsehen zu erregen, das aber zu der Zeit, über die ich schreibe, in Amerika fast ganz unbekannt war. Ich meine nämlich, dass sich zwischen Dr. Templeton und Bedlow nach und nach ein auffallend starker magnetischer Rapport gebildet hatte. Ich kann nicht bestimmt behaupten, dass dieser Rapport über die einfache Kraft zum Einschläfern hinausging, jedenfalls war sie aber sehr groß geworden. Die ersten Versuche zur magnetischen Einschläferung waren dem Mesmeristen völlig misslungen. Erst die fünfte oder sechste Sitzung hatte zu einem Teilerfolg geführt. Aber bei der zwölften war der Triumph vollkommen gewesen, und von da ab unterlag der Wille des Patienten sehr schnell dem des Arztes, so dass, als ich zuerst mit den beiden bekannt wurde, der Schlaf durch den einfachen Willen des Hypnotiseurs eintrat, selbst wenn der Kranke nichts von seiner Anwesenheit wusste. Erst heute, Jahre 1845, da ähnliche Wunder zu Tausenden berichtet werden, darf ich diese anscheinende Unmöglichkeit als wirkliche Tatsache berichten. Bettelow hatte ein außerordentlich sensitives, erregbares und enthusiastisches Temperament. Seine Einbildungskraft war ungewöhnlich stark und schöpferisch und wurde noch gesteigert durch den regelmäßigen Gebrauch von Morphium, das er in großen Mengen einnahm, bis er ohne dieses Reizmittel gar nicht mehr leben konnte. Er hatte es sich angewöhnt, jeden Morgen eine große Dosis nach dem Frühstück einzunehmen, oder vielmehr unmittelbar nach einer Tasse starken Kaffees, da er vormittags gar nichts aß. Er pflegte dann, allein oder nur von einem Hunde begleitet, einen langen Ausflug nach einer Kette wilder oder öder Hügel zu machen, die westlich und südlich von Charlotteswilligen und das Felsengebirge genannt werden. An einem trüben, warmen und nebeligen Tag gegen Ende November, also in der seltsamen Zwischenzeit, die man in Amerika den Indianersommer nennt, brach Mr. Bettelow wie gewöhnlich nach den Bergen auf. Die Tage vergingen, ohne dass er zurückkehrte. Eines Abends, gegen acht Uhr, da wir, sehr beunruhigtig, seine lange Abwesenheit gerade beschlossen, nach ihm zu suchen, tauchte er plötzlich wieder auf. Sein Befinden war nicht schlechter als sonst, er schien sogar in einer ungewöhnlich guten Stimmung zu sein. Der Bericht aber, den er uns über seinen Ausflug und die Ursache zu seinem langen Ausbleiben gab, war ein ganz seltsamer. »Sie erinnern sich«, sagte er, »dass es ungefähr neun Uhr war, als ich Charlotteswill verließ. Ich wanderte sofort nach den Bergen und betrat gegen zehn Uhr eine Schlucht, die mir ganz unbekannt war. Mit großem Interesse folgte ich den Windungen dieses Engpasses. Das Landschaftsbild, das mich ringsum gab, bot, wenn ich es auch nicht großartig nennen kann, doch einen unbeschreiblichen und für mich entzückenden Anblick öder Verlassenheit. Eine gänzlich unberührte Einsamkeit schien dort zu herrschen, und es überkam mich die Vorstellung, als ob der grüne Rasen und die grauen Felsen, über die ich ging, noch niemals von eines Menschenfuß betreten worden seien. Der Eingang zur Schlucht war so völlig unzugänglich und nur durch eine Reihe von Zufällen auffindbar, dass es durchaus möglich erscheint, wenn ich mich für den ersten und einzigen Wanderer halte, der jemals in seine Tiefen eingedrungen ist. Der dichte und eigentümliche Dunst oder Nebel, der den Indianersommer auszeichnet und der nun schwer über alle Gegenstände herabhing, schien zweifellos den unbestimmten Eindruck zu verstärken, den alles in mir erweckte. So dicht war dieser weiche Nebel, dass ich niemals mehr als zehn Meter von dem Weg vor mir erkennen konnte. Da dieser Weg sehr gewunden und die Sonne nicht mehr sichtbar war, verlor ich bald jedes Bewusstsein davon, in welche Richtung ich marschierte. Dazu kam, dass das Morphium seine gewohnte Wirkung ausübte, nämlich die ganze Außenwelt bedeutend interessanter und eindringlicher zu machen. Das Erzittern eines Blattes, die Farbe eines Grashalmes, die Form eines Kleeblatts, das um meiner Biene, das Glitzern eines Tautropfens, das Atmen des Windes, der leise Duft, der aus dem Walde kam, Alles dies erweckte in mir eine ganze Welt von Empfindungen, einen lustig bunten Zug ausgelassener und verworrener Gedanken. Ganz vertieft wanderte ich so mehrere Stunden weiter, während sich der Nebel um mich herum so verdichtete, dass ich schließlich nur noch tastend meinen Weg finden konnte. Inzwischen hatte mich eine unbeschreibliche Unruhe erfasst, eine Art von nervöser Unsicherheit und Besorgnis. Ich wagte kaum aufzutreten, aus Angst, ich könnte in einen Abgrund stürzen. Dabei fielen mir auch die seltsamen Geschichten ein, die über das Felsengebirge und über die wilden und unheimlichen Menschen erzählt wurden, die dort in den Schluchten und Höhlen hausen sollten. Tausend unbestimmte Gedanken bedrückten und verwirrten mich, Vermutungen, die umso quälender waren, je weniger ich den Grund dafür finden konnte. Ganz plötzlich aber wurde meine Aufmerksamkeit durch ein lautes Trommelschlagen erregt. Mein Erstaunen war natürlich grenzenlos. Eine Trommel in dieser Gegend, das erschien mir unglaublich, und das Ertönen der Posaunen des jüngsten Tages hätte mich nicht mehr Wunder nehmen können. Aber dann kam ein neuer und noch erstaunlicherer Grund zur Erregung und Verblüffung. Ich hörte ein wildes Rasseln und Klirren, wie von einem Bund großer Schlüssel, und im gleichen Augenblick rannte, laut schreiend, ein dunkelhäutiger, halbnackter Mann an mir vorbei. Er kam dabei so dicht auf mich zu, dass ich seinen heißen Atem im Gesicht fühlte. In der Hand trug er ein Instrument, das aus seiner Menge stählerner Ringe zusammengesetzt schien, und schüttelte es heftig beim Laufen. Kaum war er im Nebel verschwunden, als mit offenem Maul und glühenden Augen eine gewaltige Bestie hinter ihm hergerast kam. Ich sah sofort, dass es ein Hyäne war. Der Anblick dieses Ungetüms vergrößerte aber nicht mein Schrecken, sondern verminderte ihn, denn ich war nunmehr überzeugt, dass ich träumte, und versuchte, zu völlig wachem Bewusstsein zu kommen. Mit leichten Schritten schritt ich kühn weiter. Ich rieb mir die Augen, ich stieß laute Rufe auf, ich kniff mir in die Glieder, und kurz darauf sah ich eine kleine Wasserquelle vor mir, bückte mich und badete Hände, Kopf und Nacken darin. Das schien auch die unbestimmten Empfindungen, die mich bis dahin gequält hatten, zu verjagen. Ich erhob mich wie neu geboren und ging ruhig und gelassen meinen unbekannten Weg weiter. Schließlich war ich aber doch erschöpft durch die Anstrengung und durch die dumpfe Schwüle der Luft und setzte mich unter einen Baum. Bald darauf drang ein schwacher Schimmer von Sonnenschein durch den Nebel, und der Schatten der Zweige wurde langsam, aber immer schärfer auf dem Grasboden sichtbar. Auf diesen Schatten starrte ich ein paar Minuten ganz erstaunt, seine Form verblüffte mich vollständig. Endlich blickte ich empor, der Baum war eine Palme. Eilig und in einem Zustand ängstliche Erregung sprang ich nun empor, denn die Annahme, dass ich noch träumte, war sinnlos geworden. Ich sah jetzt, ich fühlte, dass ich vollkommen Herr über meine Sinne war, und diese Sinne spiegelten mir eine Welt von neuartigem und eigentümlichem Reiz vor. Die Hitze wurde mit einem Male unerträglich, ein seltsamer Duft schwebte in der Luft. Dann drang ein leises, gleichförmiges Rauschen wie von einem schwer und langsam fließenden Strom an meine Ohren, vermischt mit dem seltsamen Gemurmel zahlreicher menschlicher Stimmen. Während ich in einem Übermaß von Erstaunen, das ich nicht beschreiben kann, lauschte, fegte ein starker, plötzlicher Windstoß wie mit einem Zauberstab den dichten Nebel weg. Ich befand mich jetzt am Fuß eines hohen Berges und schaute auf eine weite Ebene hinab, durch die sich ein majestätischer Fluss wand. Am Ufer dieses Flusses stand eine Stadt von morgenländischem Charakter, so wie sie in den Märchen aus Tausend und einer Nacht beschrieben werden, nur, dass sie noch seltsamer war. Da sich mein Standort hoch über der Stadt befand, konnte ich jeden Winkel und jede Ecke genau überschauen, als sei alles auf einer Karte aufgezeichnet. Sie war von unzähligen Straßen durchzogen, die sich unregelmäßig nach allen Richtungen kreuzten, aber eigentlich mehr langgewundenen Gassen als straßenglichen und dicht mit Menschen angefüllt waren. Die Häuser waren fantastisch malerisch. Überall sah ich ein wildes Durcheinander von Balkonen, Verandas, Minarets, Nischen und wundervoll geschnitzten Erkern. Es gab unendlich viele Basare mit einer Überfülle von Waren jeder Art, Seide, Musseline, blitzende Messer, wundervolle Juwelen und Gämmen. Daneben sah man allenthalben Fahnen, Sänften, Tragsessel mit dicht verschleierten vornehmen Damen, Elefanten mit prunkvollem Kopfschmuck, groteske formte Götzenbilder, Trommel, Banner und Gongs, Speere, silberne und goldene Zepter. Und mitten durch dieses Treiben, durch den Lärm und die allgemeine Verwirrung, durch die Millionen schwarzer und gelber Menschen mit ihren Turbanen, Roben und flatternden Bärten, wälzte sich eine zahllose Menge heiliger, mit Stirnbinden geschmückter Rinder, während ganze Legionen schmutziger, aber heiliger Affen schnatternd und schreiend auf den Dächern der Moscheen herumkletterten oder an den Minarets und Erkern hingen. Von den überfüllten Straßen gingen bis zum Flussufer unzählige Treppenstufen hinab, die nach den Badeplätzen führten, während der Fluss selbst sich nur mit Mühe einen Weg durch die gewaltigen Flotten von tief beladenen Schiffen, die weit und breit seine Oberfläche bedeckten, zu Bahnen schien. Außerhalb der Stadt erhoben sich zahlreiche majestätische Gruppen von Kokospalmen, vermischt mit anderen uralten Bäumen von riesenhaftem Wuchs und seltsamem Aussehen. Dazwischen konnte man hier und da ein Reisfeld sehen, die strohbedeckte Hütte eines Bauern, eine Zisterne, einen seltsamen Tempel, ein Zigeunerlager oder auch ein einzelnes, anmutiges Mädchen, das mit einem Wasserkrug auf dem Kopf nach dem Ufer des herrlichen Stromes hinabschritt. Sie werden jetzt natürlich sagen, dass ich träumte, aber das war nicht der Fall. Alles, was ich sah und hörte, was ich dachte und fühlte, hatte nichts mit der unverkennbaren Verworrenheit eines Traumes zu tun. Alles war von schärfster Wirklichkeit. Anfangs hatte ich selbst gezweifelt, ob ich wirklich wach sei, aber mich bald durch eine Reihe von Versuchen von meinem Wachsein überzeugt. Übrigens, wenn einem in einem wirklichen Traum der Gedanke kommt, man träume ja nur, dann bestätigt sich diese Vermutung stets sofort dadurch, dass der Schläfer erwacht. Novalis hatte schon recht mit seinem Ausspruch, wir seien dem Erwachen nahe, wenn wir träumten, dass wir träumen. Hätte ich das alles gesehen, ohne dabei an einen Traum zu denken, dann wäre es sicher ein Traum gewesen. So aber, da ich die Wirklichkeit des Geschehenen anzweifelte und mich von ihr überzeugte, muss ich die Annahme eines Traumes abweisen. In dieser Beziehung haben Sie vielleicht nicht Unrecht, bemerkte Dr. Templeton, aber bitte fahren Sie fort. Sie erhoben sich und stiegen in die Stadt hinab. Ich erhob mich und stieg in die Stadt hinab, fuhr Bedlow fort, indem er den Doktor mit einem Ausdruck des tiefsten Erstaunens ansah. Auf meinem Wege geriet ich in eine ungeheure Menschenmenge, die von einer wilden Erregung erfasst war und sich durch alle Straßen nach einer bestimmten Richtung drängte. Ganz plötzlich und mit einem unbegreiflichen Antrieb erfüllte mich ein starkes, persönliches Interesse an allem, was vorging. Ich hatte die Empfindung, als spielte ich eine wichtige Rolle dabei, obgleich ich nicht genau wusste, warum das so war. Gegen die Menschen, die mich umgab, fühlte ich aber einen tiefen Widerwillen. Ich wich vor ihnen zurück, schlug schnell einen gewundenen Weg ein, und so erreichte ich die Stadt. Hier herrschte überall der wildeste Tumult und Aufruhr. Ein kleiner Haufen von Männern in halb indischer, halb europäischer Kleidung, der von Offizieren in englischer Uniform befehligt wurde, kämpfte in großer Minderzahl mit dem wachsenden Schwarm der Anführer. Ich ging zu der schwächeren Partei, nahm die Waffen eines gefallenen Offiziers und kämpfte, ohne zu wissen warum, mit der wilden Tapferkeit der Verzweiflung. Wir wurden bald durch die Überzahl zurückgedrängt und mussten in einer Art Pavillon eine Zuflucht suchen. Hier verbarrikadierten wir uns und waren, wenigstens für den Augenblick in Sicherheit. Durch eine Luke am Dach des Pavillons bemerkte ich eine riesige Volksmenge, die in wütender Erregung einen herrlichen Palast über dem Flussufer umgab und ihn zu stürmen suchte. Kurz darauf ließ sich ein weibisch aussehender Mann von einem der oberen Fenster des Palastes an einem aus Turban angefertigten Strick herab. Ein Boot stand bereit, und er entkam darauf, nach dem gegenüberliegenden Ufer. Ein neuer Gedanke überkam ich jetzt plötzlich. Mit ein paar kurzen, feurigen Worten wandte ich mich an meine Gefährten, und es gelang mir, einen Teil von ihnen zu überreden, mit mir einen tollen Ausfall aus dem Pavillon zu machen. Wir stürmten gegen die uns umgebende Menge, und es gelang uns, sie anfangs in die Flucht zu treiben. Sie sammelten sich aber wieder, kämpften wie wahnsinnig und wichen aufs Neue zurück. Inzwischen waren wir aber weit ab von dem Pavillon geraten und verirrten uns in ein Durcheinander enger Gassen mit hohen, überhängenden Häusern, die keinen Sonnenstrahl zur Erde kommen ließen. Die Menge bedrängte uns mit wechselnder Wut, bedrohte uns mit Speerwürfen und überschüttete uns mit einem Hagel von Pfeilen. Diese Pfeile waren seltsam geformt und glichen ein wenig den krummen Dolchen der Maleien. Sie ahmten die Gestalt einer kriechenden Schlange nach, waren lang und schwarz und hatten vergiftete Widerhaken. Einer traf mich an die rechte Schläfe, sodass ich taumelte und hinfiel. Sofort ergriff mich eine entsetzliche Übelkeit. Ich krümmte mich, rang nach Atem und starb. Sie können doch schwerlich jetzt noch behaupten, unterbrach ich ihn lächelnd, dass Ihr ganzes Abenteuer kein Traum gewesen ist. Oder wollen Sie dabei bleiben, dass Sie tot sind? Auf meine Worte erwartete ich natürlich eine scherzhafte Entgegnung von Bedlow. Zu meinem Erstaunen zögerte er aber, zitterte und wurde entsetzlich bleich. Er sprach kein Wort. Ich sah Templeton an. Dieser saß aufrecht und starr auf seinem Stuhl, seine Zähne klapperten und seine Augen traten fast aus den Höhlen. »Fahren Sie fort«, sagte er schließlich mit rauer Stimme zu Bedlow. Viele Minuten lang, begann dieser wieder, war meine einzige Empfindung, mein einziges Gefühl, das von Dunkelheit und Nichtsein. Ich wusste, dass ich tot war. Schließlich schien ein heftiger und plötzlicher Schlag durch meine Seele zu gehen, wie von Elektrizität. Zugleich kam die Empfindung von Beweglichkeit und von Licht. Dieses Licht sah ich nicht, ich fühlte es. In einem Augenblick schien ich mich vom Boden zu erheben. Aber es war kein körperliches, kein sichtbares, hörbares oder fühlbares Sein. Die Volksmenge war verschwunden, der Lärm hatte sich gelegt, und eine gewisse Ruhe war in der Stadt eingekehrt. Unter mir lag mein Körper mit dem Pfeil in der Schläfe. Der ganze Kopf war angeschwollen und entstellt. Aber alles dieses fühlte ich, nur ich sah es nicht. Ich hatte auch für nichts Interesse. Selbst der Körper schien mir etwas zu sein, was mich nichts anging. Ich war ohne Wollen. Schien aber durch irgendetwas zur Bewegung getrieben zu werden und flog, emporschwebend, über demselben gewundenen Pfad, den ich vorher eingeschlagen hatte, wieder zur Stadt hinaus. Als ich den Punkt der Bergschlucht erreicht hatte, wo mir die Hyäne begegnet war, fühlte ich wieder einen Schlag wie von einer galvanischen Batterie. Das Gefühl der Schwere, von Wollen, von Körperlichkeit kehrte zurück. Ich wurde wieder mein früheres Selbst und richtete eilig meine Schritte heimwärts, ohne dass aber das Geschehene irgendetwas von der Lebendigkeit des Wirklichen verlor, und ohne, dass ich selbst auch nur einen Augenblick daran denke, es könnte alles ein Traum gewesen sein. Es war auch keiner, sagte Templeton mit tief feierlichem Gesicht, obgleich es schwer ist, eine andere Bezeichnung dafür zu finden, wir wollen nur annehmen, dass die Menschheit von heute vor ungeheuren seelischen Entdeckungen steht und uns damit zunächst begnügen. Im Übrigen aber habe ich noch eine Mitteilung zu machen, hier ist ein in Wasserfarben gemaltes Bild, das ich Ihnen schon vorher gezeigt hätte, wenn mich nicht ein unsagbares Gefühl des Schreckens davon abgehalten hätte. Wir betrachteten das Gemälde, das uns hinhielt. Ich fand nichts Besonderes daran, aber auf Bedlow machte es einen erstaunlichen Eindruck. Er wurde fast ohnmächtig, als er es sah, und doch war es nur ein Miniaturporträt, aber sicherlich ein wundervoll Genaues, seiner eigenen seltsamen Gesichtszüge. Wenigstens war dies mein Gedanke, als ich es sah. »Sie bemerken«, sagte Templeton, »dass hier in der Ecke kaum sichtbar das Datum des Bildes 1780 steht. In diesem Jahre ist das Porträt gemalt worden. Es stellte einen toten Freund von mir dar, ein Mr. Oldeb, mit dem ich in Kalkutta während der Verwaltungszeit Warren Hastings sehr befreundet war. Ich zählte damals erst zwanzig Jahre. Als ich Sie, Mr. Bedlow, zuerst in Saratoga sah, war es die wunderbare Ähnlichkeit zwischen Ihnen und dem Gemälde, die mich dazu führte, mich Ihnen zu nähern, Ihre Freundschaft zu suchen und alle diese Vereinbarungen zu treffen, die mich zu Ihrem ständigen Gefährten gemacht haben. Es trieb mich dazu in der Hauptsache wohl die schmerzliche Erinnerung an den Verstorbenen, dann aber auch eine quälende, manchmal sogar von Angstgefühlen begleitete Neugierde auf Sie selbst. In den Einzelheiten Ihrer Vision, die Sie in den Bergen überfiel, haben Sie mit schärfster Genauigkeit die indische Stadt Benares am heiligen Strom geschildert. Die Unruhen, der Kampf, die Niedermetzlung sind wirkliche Ereignisse beim Aufstand Chaita Sings gewesen, der im Jahre 1780 stattfand und Hastings in unmittelbare Lebensgefahr brachte. Die Partei in dem Pavillon bestand aus Sepois und englischen Offizieren, die von Hastings angeführt wurden. Auch ich gehörte zur Partei und bemühte mich vergebens, den übereilten und unheilvollen Ausfall des Offiziers zu verhindern. Dieser Offizier, der dann in den überfüllten Gassen durch einen vergifteten Pfeil eines Bengalen ums Leben kam, war mein bester Freund. Es war Odepp. Hier an diesem Manuskript, der Sprecher zeigte uns ein Tagebuch, in dem verschiedene Seiten frisch beschrieben waren, können Sie sehen, dass sich gerade zur Zeit, als Sie alles, das im Gebirge zu erleben glaubten, dabei war, zu Hause jede Einzelheit davon aufs Papier zu werfen? Er war eine Neuralgie, die öfter einen schlimmen Ausgang befürchten ließ, aber doch in diesem Fall nur die mittelbare Todesursache gewesen ist. Die unmittelbare Todesursache war eine ganz seltsame. Er hatte sich vor einigen Tagen auf einem Ausflug nach dem Felsengebirge eine leichte fieberhafte Erkältung zugezogen, die von starkem Blutandrang nach dem Kopf begleitet war. Um Linderung herbeizuführen, entschloss sich Dr. Templeton zu einer örtlichen Blutentziehung. Es wurden Blutegel an die Schläfen gesetzt. In erschrecklich kurzer Zeit starb der Patient, und es stellte sich heraus, dass zufällig in das Glas, das die Blutegel enthielt, einer von den giftigen, blutsaugenden Würmern geraten war, die man von Zeit zu Zeit in den Sümpfen unserer Gegend findet. Das Tier saugte sich an einer kleinen Ader der rechten Schläfe fest. Seine starke Ähnlichkeit mit dem medizinischen Blutegel führte zu dem leider zu spät entdeckten, traurigen Irrtum. Notabene, die giftigen Egel von Charlottesville kann man stets durch ihre schwarze Farbe von den medizinischen Blutegeln unterscheiden, außerdem auch durch ihre eigentümlichen, fast schlangartigen Bewegungen. Ich sprach zufällig mit dem Redakteur der Zeitung über die merkwürdige Sache, als mir einfiel, ihn zu fragen, warum er den Namen des Verstorbenen Bedlow geschrieben habe, B-E-D-L-O. »Ich nehme an«, sagte ich, »dass Ihre Schreibweise die richtige ist. Ich hatte sonst immer geglaubt, er schriebe sich mit einem E am Ende.« »Die richtige? Nein«, antwortete er, »es war einfach ein Druckfehler. Der Name wird natürlich überall mit einem E geschrieben, ich habe ihn nie anders gelesen.« »Wie merkwürdig«, sagte ich zu mir selbst, als ich gegangen war. »Hier scheint die Wirklichkeit wieder einmal seltsamer als die Fantasie zu sein, denn Bedlow ohne E ist natürlich die Umkehrung von Oldep. Und dieser Mann teilt mir mit, dass alles nur ein Druckfehler war.« Das Totenschiff »Sie werden die Insel Pelé nicht umschiffen können«, sagte Barnabou zu mir, »die Ebbe tritt ein.« Der arme kleine Fischkutter, der nur eine Bemannung von sechs Leuten hatte, kämpfte vergebens gegen den furchtbaren Nordost. Er vermochte nicht, das große Fahrwasser zu erreichen, so versuchte er, die Durchfahrt zwischen der Insel Pelé und dem Festlande zu gewinnen, um auf diese Weise in den Hafen von Cherbourg zu gelangen. »Sie können es gerade so gut auf dem Landwege versuchen«, meinte Barnabou, während der Wind uns um die Ohren sauste, »es ist doch kein Wasser da.« Dann rief er, »da haben wir's! Um Gottes Willen, Sie sitzen fest!« Das Boot stand plötzlich still. Es hatte sich mit dem Vorderteil in den Schlamm festgerannt. Der Sturm fegte durch die rötlichen Segel, die diese unbeweglich gewordene kleine Eierschale nicht mehr vorwärts zu treiben vermochten. Dann riss ein heftiger Windstoß mit einem Schlage die sämtlichen Segel herab, zerriss sie in tausend Fetzen, die dann, wie es ums Schienen, lange, vielleicht eine Minute lang, und das ist eine lange Zeit, in der Regen erfüllten, bleifarbenden Luft umherwirbelten, ehe sie in das Meer fielen. »Es ist ein Mann über Bord gegangen«, sagte ich gepressten Herzens. »Er hat sich an das Ende des Mastes geklammert, der gebrochen ist«, fuhr Barnabou fort. »Die anderen halten sich noch auf der Brücke, aber das Boot wird in einer halben Stunde völlig zertrümmert sein, und dann...« Er brach ab. Man hatte von der Rettungsstation aus die Notlage des kleinen Fahrzeuges erkannt, ein Rettungsboot ins Wasser gelassen und dem Kutter entgegengesandt. Schon erkannte man die kräftigen Gestalten seiner sechs Insassen und ihres Patrons. Die braunen, derben Fäuste, die der scharfe Sprühregen wie mit Nadeln stecken musste. An den Riemen saßen sie mit gekrümmtem Rücken da und strebten unaufhaltsam ihrem Seele zu. Mit so regelmäßigen Stößen kam das Boot näher, dass man hätte glauben können, diese braven Leute vollbrächten nur eine sehr leichte Arbeit, deren jeder leisten könnte. Ich fing an zu schreien vor Begeisterung, Hoffnung und auch vor Stolz. Wenn man andere Menschen eine viel mutheischende, kühne Handlung ausführen sieht, wird jeder Zuschauer stets von einem seltsamen Gefühle des Stolzes erfüllt, man glaubt beinahe selbst, Teil an der Tapferkeit des anderen zu haben. Barnabou sagte, »Nun, das ist ein Manöver, was? Sie haben kaum zwei Minuten gebraucht, um das Boot herabzulassen.« Es gibt gewiss nichts Schöneres, gibt auch nichts Schwierigeres, als alle Riemen gleichzeitig und auf gleiche Länge so schnell wie möglich, aber doch mit Sicherheit einzutauchen, sodass man die See gut halten kann. Ich hatte nur noch Augen für das, was sich auf dem Wasser zutrug, auf diesen enormen, sich heranwälzenden Wellen, die dennoch oben platt erschienen, als ob der Wind, nachdem er sie aufgewühlt, wieder zu erdrücken versuchte. Das Boot verfolgte seinen Weg. Wie auf einer stillen Pfütze die Beinchen eines Wasserinsektes, das genau weiß, wohin es will und seinem Ziele zustrebt, so bewegten die Riemen sich durch die empörten Fluten. Dann hielten sie plötzlich an, man fischte den über Bord gefallenen Menschen auf. Einige Sekunden später hielt das Boot zum zweiten Male. Es nahm die Mannschaft des Fischkutters an Bord. Gerettet! Sie waren gerettet! Das Boot änderte den Kurs, es wandte sich und fuhr in der Richtung auf Scherburt zu. Ich klatschte in die Hände, die klaren Augenbanervos lachten vor Freude. Als einfacher Mensch sagte er dann gleich, »Darauf müssen wir einen guten Schluck hinter die Binde gießen. Kommen Sie, wir wollen in den Keller der feinen Leute gehen, der gleich am Hafen liegt. Und wenn dann die Mannschaft des Rettungsbootes landet und an uns vorbeikommt, müssen wir mit ihnen anstoßen. Bei Gott, sie hat es verdient!« Nachdem sich Bannervos ein großes Glas mit Nelken und Zitronenscheiben gewürzten, glühend heißen Rotweines zu Gemüte geführt hatte, sagte er, »ich war einmal Zeuge einer anderen Rettung. Aber die Schiffbrüchigen, um die es sich damals handelte, waren, Gespenster. Ich erinnere mich der ganzen Geschichte sehr wohl. Es ist nun freilich mehr als zehn Jahre her, aber mir ist, als sei es erst gestern gewesen.« Ich hatte zu jener Zeit lange im Hospital von Mavatan in Madagaskar gelegen. Dann befand ich mich in der Rekonvaleszenz. Man hatte mich zu meiner Erholung nach Mayunga geschickt und dem Grenzaufseher Plevech als eine Art von Gehilfen überwiesen, um doch etwas Nutzen von mir zu haben. »Na, Plevech war ja so wenig Seemann wie ich selbst. Er war Zollbeamter, aber man hatte ihn nichtsdestoweniger damit betraut, darüber zu wachen, dass kein Schmuggelhandel mit Pulver zwischen Berovin und Mantivan getrieben wurde. Es ist ja wahr, dass die hindostanischen und arabischen Kaufleute von Sansibar bis vom anderen Ende der Welt kommen, um den Sklaven Pulver zu verkaufen. Aber ich erkläre, dass es mir völlig unverständlich ist, wie Plevech es hätte fertigbringen sollen, dies mit seinem armseligen, schlechten Bote und seinen in Mayunga aufgelesenen, vier eingeborenen, schlechten Matrosen zu verhindern. Ich vereinigte in meiner Person die Marine, die Landungstruppen und die ganze militärische Macht. Im Grunde war das ja auch völlig hinreichend, weil wir niemals einen Feind gesehen haben. Es war ebenso eine Idee der Verwaltungsbehörde, und diese darf man niemals kritisieren. Ach, das war eine drollige Seefahrt. Die Jahreszeit brachte es mit sich, dass wir die ganze Zeit über Windstille hatten, Plevech und ich. Wir wussten beide oberflächlich, dass es ein Bootsmanöver gibt, das man Kreuzen nennt, und das dazu dient, ein Segelboot selbst bei Gegenwind vorwärts zu bringen. Unsere Matrosen verstanden kaum mehr als wir und ließen uns außerdem gewähren aus Achtung vor dem überlegenen Geiste des weißen Mannes. Also fuhren wir ab. Wir holten die Schoten erst rechts, dann links an, auf gut Glück, um zu sehen, was daraus würde. Ach, viel Erfolg hatten wir nicht damit. Manchmal füllte der Wind die Segel etwas, dann ließ er sie wieder killen, wie eine Frau, die ihr Kind aufnimmt, es dann wieder fallen lässt und weitergeht. Unser Fahrzeug bewegte sich langsam vorwärts, es drehte sich dann, fuhr wieder zurück, wiederholte denselben Weg in schleifenförmiger Fahrt, ja, da wir es ja nicht zu leiten verstanden. Wir fuhren immer möglichst dicht am Ufer entlang, aus Furchtes zu verlieren. Abends warfen wir regelmäßig ganz nah am Lande Anker, um in unserem Boote zu essen und zu schlafen. Ich nannte das im Biwaksein. Da machten wir sehr oft die Entdeckung, dass wir zurückgetrieben waren, anstatt voranzukommen. Dann steckten unsere Matrosen die Köpfe zusammen und nannten uns Mashikur, was in ihrer Sprache so viel wie Bauern bedeutet und folglich für richtige Seeleute eine ehrenrührige Bezeichnung ist. Aber da wir keine Seeleute waren, ließ uns diese Beleidigung vollkommen kalt. Ach, jene schönen, goldenen Tage! Sie sind wirklich die glücklichsten meines Lebens gewesen. Um sie so recht zu genießen, erwachte ich schon in aller Frühe. Dann leuchtete der schöne Morgenhimmel in orangener und goldfarbener Pracht. Ja, die Stocklatte an unseres Bootes vor uns brannte noch, aber sie verblasste vor der Helle der aufgehenden Sonne. Unser schwarzer Steuermann lehnte in gleichgültiger Haltung im Hintergrunde des Bootes, seine Hand ruhte auf dem Steuer. Fast überall zogen sich Korallenriffe vor der Küste her, die wieder von dem eigentlichen Festlande durch große Lagunen stillen Wassers getrennt waren. Diese Korallenriffe waren oft von einer vollkommen gleichen Höhe und gewannen dadurch das Aussehen von Eisenbahndämmen, und das zwischen ihnen und dem Lande liegende Meer machte den Eindruck eines Kanals. Das Geräusch der Wogen, die an dem Riffe anprallten, leistete uns Gesellschaft und verscheuchte die Langeweile, obwohl es manchmal uns auch in den Schlaf läute. Auf der anderen Seite der Lagune war das feste Land. Wir erkannten von ferne ein großes, sich weithin erstreckendes Plateau. Auf dem Horizonte zeichnete sich deutlich die Silhouette großer, blühender Bäume ab, Bäume mit weißen, mit malvenfarbigen und gelben Blüten. Der Boden darunter war mit üppigem Grün bedeckt, und überall entdeckte das Auge eine Art kleiner Höhlen und Grotten, die in dieses Grün eingegraben schienen und wie kristall leuchteten. Ich kann Ihnen das nicht recht erklären, ich verstehe mich nicht darauf, etwas in Worten zu schildern. Aber weit und breit gab es keine Menschen. Nichts als Raten, Krabben, Blumen, Vögel, auch Bienen. Und die Vögel zwitscherten, um sich zu amüsieren, nicht aus Furcht. Aber das Wasser, vor allem das Wasser innerhalb dieser Lagunen, es war so durchsichtig, dass man den Grund bei einer Tiefe von fünfzehn bis zwanzig Metern ganz deutlich erkennen konnte. Der ganze Meeresboden war mit Korallenbäumchen besetzt, die violett, grün und rosa schimmerten und dazwischen sprangen, tanzten, spielten unzählig vielfarbige Fische im klaren Wasser, das beinahe so leicht wie die Luft war. Man sah dort Fische der verschiedensten Art, große und kleine, gestreifte und mit Flecken besäte. Einige waren mit Stacheln besetzt, andere sahen aus wie Kolibris und wieder anberaten einen richtigen, gebogenen Schnabel wie die Papageien. Auf dem Meeresboden lagen große, weit geöffnete Austern, die wie Palmutter schimmerten, blaue Kammmuscheln, spiralförmig gedrehte Rosamuscheln und kleine, ganz rote Korallen. Aber es gab auch wilde Raubfische dazwischen, die den Frieden störten und den anderen nachstellten, sie jagten und vertrieben. Ich erinnere mich wohl einer Nacht, wo ich durch den malgassischen Ruf, ein Haifisch aus meinem Schlafe erweckt wurde. Dann sah ich beim hellen Lichte des Mundes wie eine unserer eingeborenen Matrosen, dessen Kinnladen wie eine Schnauze gebildet war an sich, mit einem Dreizack in der Hand über die Brüstung unseres Bootes beugte. An anderen Stellen der Küste gab es keine Lagunen. Dort war das Land von den Seestürmen verwüstet und glatt abrasiert worden, oder auch deshalb vollkommen unfruchtbar und beinahe nackt, weil keine Flüsse hier mündeten. Da war alles öde und leer, kaum dass sich hier und dort zwei oder drei magere Palmbäume erhoben, die aussahen wie ein paar mit Strünken umwundene alte Besenstiele. Wenn mir an diesen öden Gegenden vorbeikamen, dann lachte Pleweg und ich spottete über eine solche Landschaft. Aber wir waren weder verrückt noch betrunken. Es war die reine Freude darüber, dass wir beide so lebensfrisch und frei dahinfuhren, und dass wir sicher wussten, dass wir bald ein anderes, irdisches Paradies, andere natürliche Aquarien wiederfinden würden. Das Einzige, was wir uns nicht zu erklären wussten, war, dass unsere Eingeborenen immer bedeutend zufriedener schienen, wenn es keine Korallenriffe wie der Lagunen, Aquarien noch irdische Paradiese gab. Es war nicht die Furcht, daran zu zerschellen, denn das Wasser hatte immer wenigstens zwei Fadentiefe, viel mehr, als wir brauchten. Unsere erste Erklärung dafür war die, dass diese Leute unbedingt Schwachsinnige sein müssten. Für dumm halten wir ja gewöhnlich die Menschen, die wir nicht verstehen. Später erzählte uns aber einer unserer Leute, ein gewisser Rimbons, der ziemlich geläufig Französisch sprach, dass es mit diesen Riffen eine ganz besondere Bewandtnis habe. Man glaube nämlich, dass sie der Aufenthalt und Wohnort von Zauberern und Matutuas sein. Matutuas, so nennen die Eingeborenen die abgeschiedenen, ruhelosen Geister derer, die eines im Leben begangenen Verbrechens wegen verdammt sind, ruhelos umherzuhören. Schlimmer und viel gefährlicher noch als diese seien aber jener schrecklichen, gespenstischen und menschenfressenden Wesen, die man Kinolie nennt. Ich erkannte aus dieser ganzen Erzählung, dass unsere Matrosen nicht nur abergläubisch, sondern auch wirklich etwas schwachköpfig seien, und eines Morgens verkleidete ich mich mit Hilfe eines alten Segels in ein Matutua, um sie zu erschrecken. Aber Plewech war mit diesem Scherz durchaus nicht einverstanden. Er sagte mir nachher, dass seine Eltern auch an alle möglichen Arten von Wehrwölfen glaubten, und dass er es nicht vertragen könne, wenn man über solche Dinge scherze. Er glaubte außerdem, dass ein solcher Spott unfehlbar Unglück nach sich zöge, obwohl er mir das nicht eingestand. Am Abend desselben Tages warfen wir unseren Anker in einem der Kanäle, die zu einer Lagone führten. Aber wir hatten uns den ganzen Nachmittag über regelrecht gelangweilt. Ich erinnere mich auch, dass es sehr heiß gewesen war. Aber wir waren beide so müde, dass wir kaum ein Wort miteinander wechselten. Selbst das Mittagsmahl und der Absinthe, den wir uns zu Gemüte führten, vermochte nicht, unsere Stimmung zu heben. Da geschah es, dass wir beide ganz plötzlich von einer völlig grundlosen, übernatürlichen, außerordentlich und beinahe erschreckenden Freude erfüllt wurden. Haben Sie jemals Opium geraucht? Die Wirkung davon ist eine so seltsame. Man fühlt sich leicht und immer leichter werden. Es ist, als ob man keinen Körper mehr hätte. Ich kann den Zustand, in dem wir uns plötzlich befanden, nur mit dem vergleichen, in den uns der Opiumrausch versetzt. »Pleweg sagte«, »Sind wir denn plötzlich auf einen Berg versetzt? Es ist, als ob die Luft nicht mehr auf mir lasste, mir ist, als ob ich mich mehr als zweitausend Fuß über dem Meere befände. Fühlst du nicht, wie frisch es auf einmal geworden ist?« Ich antwortete ihm, »gewiss hat mich die köstliche Kühle, aber zugleich empfinde ich einen wunderbaren Duft. Den Duft der Heimat, den Duft Frankreichs.« »Ja«, sagte er, »es ist der herrliche Duft unseres Heimatlandes, der Duft, der unbeschreibliche, der im Sommer unseren Feldern und Wiesen nach einem tüchtigen Gewitter entsteigt. Was ist das, was kann das sein? Und sieh nur, was bedeutet das? Unsere dummen Schwarzen scheinen sich zu ängstigen. Und ja, sie hatten Angst. Sie blickten auf das Wasser, das ganz plötzlich eine dunkelgrüne Färbung angenommen hatte, wie ich sie vorher nie beobachtet hatte. Es gibt Menschen, deren Augen dunkel werden, wenn sie in Zorn geraten. Das war es. Und dann sahen unsere Leute angstvoll zum Himmel auf. Der schien völlig wolkenlos, und es regte sich kein Lüftchen. Aber von Westen her verbreitete sich schnell eine seltsam kupferfarbene Stimmung, etwa in dem Ton eines schlecht gescheuerten Kessels, zugleich schmutzig und doch leuchtend. Ist es nicht wunderbar, dass es immer kälter wird? Sagte ich zu Plewech. Ich friere. Mitten im Kanal von Mosambik wurden wir von einer sibirischen Kälte überrascht. Aber ehe Plewech mir antworten konnte, wurde er von unseren vier Matrosen beinahe umgerissen. Sie stürzten sich an die Geithaue, rafften die Segel, führten die Rahen weg, bergen, was nur zu bergen war. Im selben Augenblick hörte ich die heisernen Rufe einer Schar von Möwen, die dem Lande zuflohen, und dann war es, als ob von allen Seiten des Himmels ein langer, banger Klageton einsetzte. Das war der Wind, der plötzlich über das Meer brauste. Mit unerhörter Schnelligkeit, viel rascher als die Lokomotive eines Expresszuges, jagte der Stürmer heran. Das aufgepeitschte Meer schrie unter seiner Geißel, ja, ich schwöre ihn, dass er wirklich laute, jammernde Klagetöne ausstieß. Jenseits der Riffe aber turmten sich schon die Wogen übereinander, wie Häuser bei einem Erdbeben. Nun verstand ich, es war ein Zyklon, einer jener schrecklichen Stürmer des Indischen Ozeans, die eine solche Gewalt haben, dass sie zuweilen ganze Schiffe aufheben und eine halbe Meile weit in das Innere des Landes tragen. Im ersten Augenblick wollte ich über Bord springen und versuchen, das Felsenriff zu erreichen, aber Plevech hielt mich zurück. »Wozu?« meinte er. »Es hat keinen Zweck, denn die Wogen gehen darüber hin. Es ist am besten zu bleiben, wo wir sind. Diese Lagone ist wie ein Hafen, der uns immerhin einigen Schutz gewährt.« Unsere Matrosen, wie übrigens alle, wie die Fische schwimmen, schienen derselben an sich zu sein. Sie hatten sich platt mit dem Gesicht nach unten auf den Boden des Schiffes niedergelegt und rührten sich nicht. Nur Renbonz, der Französisch sprach, erhob den Kopf ein wenig und sagte, »Es ist die Nacht der Toten. Sie kehren wieder.« Levech, der seit seiner ersten Kommunion nie mehr eine Kirche betreten hatte, und der die Broschüren des Allgemeinen Arbeitervereins las, bekreuzigte sich, als er diese Worte hörte. Renbonz jedoch bekreuzigte sich nicht, ehe er koch an den kleinen Stall, in dem wir einige Hühner mit uns führten, und nahm eine Henne, trennte ihr mit einem Messerschnitt den Kopf um Halse, und ließ dann ihr ganzes Blut in das Meer tropfen. Levech schien mit dieser Handlung durchaus einverstanden zu sein. Er machte sich Zeichen auf der Brust mit dem Blute der Henne. Es war, als ob er plötzlich von natavistischen Neigungen erfasst, längst vergangener Zeitangehörer. Unser Boot lag eng an die Riffe gedrückt, wie ein Sperling, der sich zwischen einem Dach und einem Schornstein verbirgt. Der Zyklon jagte auch glücklicherweise über uns weg, so klein war unsere Nussschale. Ein größeres Boot, das dem mehr Spielraum geboten hätte, würde unfehlbar verloren gewesen sein. Dabei war das Wehen dieses Zyklons kein Wind im gewöhnlichen Sinne des Wortes, es war ein Wirbelsturm. Die Luft drehte sich unablässig um uns herum, das Wasser drehte sich unter uns, drehte und drehte sich immer in wilderen Kreisen. Es wurde aufgerissen bis in seine tiefsten Tiefen. Die auf dem Meeresboden wachsenden Korallenstämmchen, die Muscheln und Felsen, wurden emporgerissen und jagten in tollem Wirbel umher. Dann, ganz plötzlich, beruhigte sich der Wind. Die Luft erschien von einer beinahe unmöglichen Unbeweglichkeit, während die Wogen immer noch im Wirbeltanze dahin rasten. Ich sagte, wie hell es auf einmal wird. Wir befanden uns mitten in einer schrecklich dunklen, tief herabhängenden Wolkenschicht, aber darüber, hoch über uns, war der Himmel hell, ganz unwahrscheinlich klar und hell geworden. Man sah Sterne, die das menschliche Auge sonst näher blickte. Es scheint, dass das immer so ist, wenn man in das Zentrum eines Zyklons geraten ist. Und diese stillen Sterne, diese Sterne, die so hoch über uns leuchteten und unser Zu-Spotten-Schienen, warfen ihr helles Licht über die aufgeregten Wogen. Und in dem Augenblicke, genau in dem Augenblicke, hörte ich die Stümmeren Bonzes, die Matutuas, das Totenschiff der ruhelosen Seelen. Er warf sich entsetzt mit dem Gesicht nach unten auf den Boden unseres Schiffes hin. Und dann sah ich mit eigenen Augen die große Pirouge, das Schiff der Toten. Sie werden es nicht glauben, dass Schiffe, die untergegangen und die seit undenklicher Zeit auf dem Gründe des Meeres gelegen, plötzlich wieder aus den Floten auftauchen können. Ich aber habe in jener Nacht gesehen, wie ein Schiff aus den tiefsten Tiefen des Wassers emporstieg und langsam dahin glitt. Es war ein großes Schiff, das seine Masten verloren hatte, nur auf dem Hinterdecke hob sich noch der Stumpf eines Mastes, der beinahe wie ein kleines Haus aussah. Es war überdeckt von Korallen, großen Muscheln und Steinen, die sich in dem dichten Gewirr von Seetang angesetzt hatten, der alles überspann. Und dazwischen muschten große Krabben, die Hüten schienen, aus ihrer gewohnten Ruhe gerissen zu sein, platte Fische, die hoch empor sprangen und in das Meer zurückfielen, Würmer, schrecklich sich hin und her windende rosa und weiße Würmer, so lang wie mein Arm. Und dann, dann die Matutuas. Die großen Lecke des Dreimasters, der vielleicht vor mehr als dreihundert Jahren Schiffbruch erlitten hatte und versunken war, und der nun wie durch ein Wunder wieder auftauchte, flossen unablässig Ströme schmutzigen Wassers, die von der einen Seite eindrang, um von der anderen wieder abzulaufen, und die sich wieder und immer wieder erneuerten. Dann sahen wir deutlich, wie diese Wasserströme ein Skelett mit sich führten, ein an den Fußknöcheln mit Ketten gefesseltes Skelett, das einen Augenblick nur auf dem Deck zu ruhen schien, dann von diesen nachdringenden Wogen gepackt wurde, sich überschlug und in das Wasser zurückstürzte. Diesem Skelette folgte ein anderes und noch eins und wieder eins. Eine ganze Kaskade von Skeletten und alten, verrosteten Eisenketten. Ab und zu glitten große Krabben darüber hin, und langsam, wie ein überlasteter Wagen hin- und herschwankend, näherte sich der Dreimaster den Kleppen. Bei jeder Woge, die ihn auf ihren Rücken nahm, schwobte das Wasser, das in den Schiffskörper gedrungen war, von vorne nach hinten und drängte gegen die verfaulenden Wände, von denen große Stücke abfielen und neue Lecke entstehen ließen, aus denen ungezählte, mit alten Ketten beladene Skelette getrieben wurden. Trotz alledem verfolgte das Fahrzeug unaufhaltsam seinen Weg, den Klippen entgegen und direkt auf uns zu. Jetzt stieß ein Kiel auf den Felsen an, riß sich noch einmal los, um gleich darauf mit gewaltigem Anprall so heftig gegen die Riffe anzufahren, dass es diesen einen lauten, feierlichen Klang entlockte, der wie das Läuten einer Glocke weit über das Meer hintönte. Dann aber versank das Schiff mit unerhörter Geschwindigkeit. Das Achterdeck blieb etwas länger über das Wasser, und man konnte deutlich darauf die weit geöffneten Kajüten erkennen. Der Anblick erinnerte beinahe an jene Wohnungspläne, die man öfter in Zeitungen abgebildet sieht, die das Innere von Etagen mit den Möbeln und den Bewohnern darstellen. Ha! Möbeln! Man sah einige von Seetangen und Korallen überwucherte alte Kanonen und ein langes, kofferähnliches Ding, das vielleicht früher einmal eine Koje gewesen war. Dabei verschiedene, seltsame, rostzerfressene, metallene Instrumente, und mitten in diesem Raume lag sein Bewohner. Ein Mensch, den ein herabfallender Balken erschlagen und alle Knochen zerquetscht hatte. Und zwischen all diesem grauenhaften Krochen drehten und wandten sich diese scheußlichen Würmer, die in dem schmutzigen Wasser untertauchten, wieder hervorkamen und ihre ekelen, blinden Köpfe hin und her bewegten. Wie lange das dauerte, ich weiß es nicht. Vielleicht nur eine ganz kurze Zeit. Und nach dieser schrecklichen Windstille hatte der Sturm neu eingesetzt. Der Rest dieses gespensterhaften Schiffes, das allen Gesetzen der Natur trotzbietend, nachdem es untergegangen und jahrhundertelang auf dem Meeresgrunde gelegen, nun plötzlich mit einer Besatzung von Anketten geschmiedeten, mit Seetang behangenen Toten wieder auftauchte, der Rest dieses unheimlichen und grauenerregenden Fahrzeuges war in Stöcke zerschellt, die von den Wogen weggetrieben wurden. Es gelang uns jedoch noch, die Galionsfigur aufzufischen, die zu der Zeit, als der Dreimaster noch ein Schiff gewesen, statt eines schreckengerregenden Spukes den Bug geziert hatte. Ich glaube, dass es die Figur einer heidnischen Göttin dargestellt hatte. Vielleicht war es auch eine Heilige. Es ließ sich nicht mehr feststellen. Der Sturm oder das Alter hatte ihren ganzen unteren Teil völlig zerstört, Pfahlenmuscheln hatten ihren Kopf zerfressen. Zwei zernagte Brüste, eine Höhlung anstelle des Halses und eine auffallend große Nase waren zufällig erhalten geblieben. Die Augen waren vollständig vernichtet. Es konnte ebenso wohl das Bild einer Eule wie das einer Frau sein. Ich finde, dass es gleichermaßen komisch und tragisch ist, dass die Zeit den Statuen ebenso übel mitspielt, wie sie es den Frauen tut. Es ist das wirklich furchterregend. Plävech, der vor Angst halb tot war, schwur darauf, dass er ähnliche Holzbilder in den Kapellen seiner Heimat gesehen habe, während Rambons behauptete, dass die Zauberer seines Landes solche Figuren in dem Innern der Gräber aufsetzten. Plävech wiederholte fortwährend, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und Rambons, der einmal in der Nähe von Mayumba gewesen war, fügte stets sein frommes Amen hinzu. Dann aber gab er sich sofort eifrig daran, ein Sikiri, das heißt ein Zaubermittel, zu bereiten, und er tötete unter allerlei Zeremonien eine zweite Henne. Und Plävech achtete genau auf jede seiner Gesten, um sie auf das Gewissenhafteste nachzuahmen, denn, obwohl er bange war, dass die Religion Rambonses doch vielleicht nicht die ganz richtige sei, zweifelte er gleichzeitig auch daran, ob die der Christen besonders gut gegen die bösen Geister sei. Was mich betrifft, so wagte ich es nicht nachzudenken. Erst drei Tage später, nachdem sich das Meer vollständig beruhigt hatte, fragte ich Rambons, was hat es für eine Bewandtnis mit dem Schiffe der Matutuas. Rambons sah mich mit ernster, sehr stolzer Miene an und sagte dann, es waren Sklaven, nur Sklaven. Die ganze große Perugie war mit Sklaven befrachtet. Sie waren für Bourbon bestimmt, sie waren alle mit Ketten gefesselt. Die Weißen hatten sie in Madagaskar geraubt, aber Madagaskar wollte seine Kinder nicht hergeben, und die Schatten dieser Unglücklichen haben das Meer bis zu seinem Grunde aufgewöhnt. Das versunkene Schiff, das ihre Knochen bag, ist noch einmal aus dem Gründe aufgetaucht, um an den Klippen zu zerschellen. Die Schatten haben sich dann ihrer Knochen bemächtigt und sie in ihr Vaterland zurückgeführt. Ich verstand, was er sagen wollte. Vor zwei oder drei Jahrhunderten hatten Sklavenhändler in Madagaskar eine große Zahl von Schwarzen entführt, um sie in Bourbon als Sklaven zu verkaufen. Der Sicherheit wegen hatte man die armen Menschen an Ketten gelegt. Als dann das Stift durch einen Zyklon an die Felsen geworfen wurde und unterging, ertranken diese Unglücklichen Schwarzen, ohne einen Rettungsversuch machen zu können, kläglich wie die Ratten. Nun, nach drei Jahrhunderten, gaben die Fluten ihre Skelette zurück und schwemmten sie an das Land, in dem ihre Voreltern und Söhne begraben war. Ich unterbrach Barnabou. Aber der Dreimaster, wie geschah es, dass auch dieser Dreimaster aus den Fluten auftauchen konnte? Weiß ich es, antwortete Barnabou, vielleicht haben die durch den Zyklon entstandenen großen Wirbelstürme ihn vom Grunde losgerissen. Vielleicht hatten sich auch im Schiffsraum Gase gebildet, die nach oben strebten. Und endlich, was geht's mich an? Ich habe das Totenschiff gesehen, mit... mit eigenen Augen gesehen. In diesem Augenblick kamen die Matrosen des Rettungsbootes an uns vorüber. Sehr ernst und ruhig schritten sie daher, nur ihre Augen leuchteten in jenem übernatürlich hellen Glanze, wie er Menschen eigentümlich ist, die mit ganzer Kraft gegen eine Gefahr gekämpft haben und als Sieger aus diesem Kampf hervorgegangen sind. Barnabou redete sie an und forderte sie auf, ein Glas mit uns zu trinken, und sie nahmen die Einladung gerne an und setzten sich nach freundlichem Gruße zu uns. Ich teilte ihnen dann mit, was Barnabou mir eben erzählt hatte. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, bemerkte der Bootsmann, aber als ich einst mit dem Sperrbär im Pacific fuhr, da geschah es auch, dass in der Nähe von Santiago plötzlich während einer stürmischen Nacht eine kleine Galeasse aus den Fluten auftauchte, die, vor Gott weiß wie langer Zeit, Schiffbruch erlitten und auf dem Grunde des Meeres gelegen hatte. Es ist uns gelungen, dieses Schiff zu sichern, es befindet sich jetzt irgendwo in einem Museum. Das ist ganz gewiss, dass der Schoß des Meeres Dinge viele Dinge birgt, die so wunderbar sind, wie die Fantasie der Menschen sie nicht zu ersinnen vermöchte. Ich widersprach ihm nicht, da ich selbst einstmals einen Mann kennengelernt hatte, der die Sirenen gesehen hatte. Das war das große Grusel-Hörbuch. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt... Schlaf gut! Schlaf gut! Schlaf gut! Untertitelung des ZDF, 2020